Aber wir müssen die Windstreak noch weiterlaufen lassen, oder machen wir neuer heute? Wir machen heute neuer. Mach ihn mal weg. Komm Markus, mach ihn mal weg. Ja, wie soll ich den wegmachen? Ich seh den doch nicht mal. Oh, der Hund. Als ob ich damit die Mauer nicht fick. Hinter der Mauer. Jetzt hat er sich ne Treppe gebaut. Jetzt, er fuß dich aus ihm. Mich? Ah, Marius, Marius mein ich. Jetzt stehe er schon für den Dreck ran. Ich dachte gerade, Alter. Markus, willst du den Lilert haben? Weil ich brauch ihn nicht mehr, ich bin eh auf dem Feld. Na. Nice. Yo Leute, was geht? Wir sind hier auf der Season 5 Grind. Oh. Oh. Schaut euch einfach an. Ich bin natürlich verreckter Mann. Hier ist Lila Tampa, wer will. Ja, ne aber. Weil ich will ihn echt nicht mehr. Ich bin zu schlecht an dem Ding. Ne, das sieht todessick aus, Marius, mit dem ähm... äh, lilan Omega und dem... Entschuldige Sniper. Bitte. Zeig mal. Was hat er? Lila Omega und dann? Richtig stillbewusst. Oh, oh, das sieht echt geil aus, ey. Wenn man mehr auf sein Skin achtet, wie auf sein Aussehen in echt. Ich fand's eigentlich auch nicht so witzig. Ja, aber er haut es einfach so trocken raus, so aus dem Licht. Mach dir nicht einfach so fern. Ja, ohne Witz. Bei, in meiner neuen Klasse. Da ist einer drinnen, er ist voran. Er ist der krasseste Typ, er haut nur so Sprüche raus. Jetzt fangt jeder damit an, das ist so witzig. Das heißt, die Polizei macht dich jetzt asozial, oder? Ja, die wollen auch die ganze Zeit Shisha-Bar gehen. Die machen nix anders. Ja, Mann. Ich wär eigentlich heute sogar gegangen, aber... Ja, musst du echt... Alter, also... Jetzt die Nachreichsteine sind alles Hure-Söhne gewesen. Da war kein Chilliger mehr dabei, das waren echt nur Lappen, aber... Aber die... Die wollte ja auch mit Absicht zwei Wochen noch frei haben. Hey, Ossi! Das ist im Internet, was du hier sagst, wenn du die als Huren-Söhne beleidigst, Mann. Wo war das denn? Du bist bei Polizeibeamten. Daniel Oswald, aus Aldo. Dann entschuldige ich mich. So war das denn nicht mal gemeint. Lass mir mal den Schlürf... Äh, obwohl. Nimm ihn. Ich hab ihn schon getrunken. Ja, ich weiß. Schau mal, was hast du, Alter, für'n Gay-Skin. Du hast'n pinken Gay-Rucksack auf deinem Rücken. Das passt zu meiner... Und die Dildo-Pick-Axin. Und die Dildo-Pick-Axin. Die Dildo-Pick-Axin. Welcher der Magnus, gell? Ja, Marius. Vor allem mit dem Cave. Die passt richtig zum Bart, ja? Alter. Marius, so schwarz und rosa, das nimmt sich einfach nix. Ja, ist halt echt so. Na, Junge. Das nimmt sich nix. Das nimmt sich nix viel. Das nimmt sich nix viel. Das nimmt sich nix viel. Alter. Der ist so schwarz und weiß. Habt ihr das Antwort-Video gesehen, wo ich ihn so richtig drauf hörte? Ey, es hat mich so gekillt. Eigentlich hasse ich diesen Schastener, aber das Antwort-Video mit diesem, es nimmt sich nix viel. Es hat mich so gekillt. Ich find's so witzig, wenn die beide sich halt zu fronten. Ja, also, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Ja, ich brauch Bäume, Digga. Oh. 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 Ja. Auf jeden Fall. Wie machen wir's denn am besten? Ne, aber ohne witzig. Die gehen echt jeden Abend Shishabba. Das ist richtig krank. Würde ich aber nicht machen, du als sportlicher, arischer Junge. Ach. Ich echt so. Alter, ich lag heute den ganzen Tag original im Bett. Ich bin um... Naja. Ich auch. Ich hab noch so Filme angeschaut. Ich bin zweimal zum Kissen aufgestanden. Die finden Dory und so. Wer nix zu tun hat. Dann war ich am See. Ich war schulit. Dann war ich ne Stunde draußen. Dann war ich Geburtstag. Dann fit ist er jetzt hier. Ich bin um elf aufgestanden. Oh. Nein. Die sind über dir, gell? Die sind über... Nein. Was sind die? Wenn du so bei der Polizei schießt... Hä? Mal. Mal. Halter zu tritts. Finish den einen einfach. Finish ihn. Finish ihn. Bro, Digga. Ich mach ja so ernst, Digga. Boah. Ist den runter gehauen, Mann. Wirft die Flinte nicht ins Korn. Ja, die machen... Ich stehe mal komplett ernst. Ja, ich hab nichts mehr zu bauen und der eine pusht mich. Jetzt die belebenden einen. Schieß einfach wieder drauf. Rein in der Olga. Schreck. Keine Staffel. Schieß doch auf den, wo ich ihn belebe. Oh, ich hab keine Muni mehr. Ui, das war... Das ist ein Nate, Alter. Bist du nicht? Lol. Lol, ich dachte... Die waren aber gut. Die waren nicht... Also, die haben schon auf Tryhard gebaut. Das im Vergleich zu den anderen. Ja, das hat mies. Hui. Oh, ich könnte kotzen. Was? Wann gehst du eigentlich mal so ins Training? Äh, in vier Wochen. In vier Wochen? Ja, ich muss das jetzt richtig ausheilen lassen, sonst kommt das immer wieder. Jaja, ich kanns. Oh, der Hula. Ich muss das nicht echt gerne gehen. Ich fange jetzt aber morgen wieder mit Jock an. Ja, ich muss... Ich hab jetzt am... Am 26. hab ich erst einen Arzttermin. Bis dahin mach ich nix. Sick. Und dann müsst ihr eigentlich wieder gehen. Dann ist nur noch dieser Muskel so ein bisschen verhärtet. Und dann geh ich auch Jock an. Kannst du, äh... In deinen... Weil der vier Zuschauer läuft. Kannst du in deinem Stream bitte mein Snapchat auch noch hinzufügen? Du Hund! Du Hund! Ich weiß nicht auch wo das ist. Was? Was ist der Snapname? Sag ihn einfach. Ich schwöre Markus, was ich dir erzählen muss. Im Fitness. Da war halt so ne... Da war halt so ne Gruppe von Larrys. Ich hab jetzt das Wort drin. Und wenn ich rede, dann rede ich. Danke. Ja, also. Auf jeden Fall. Die haben Koordinationsleiter... Die haben einen Koordinationsleiter gemacht. Du Wixler. Das war brutal witzig. Die waren ja so unkoordiniert. Die war... Die hat... Weißt du da wo du Skipping machst? Ja. Ja. Und alter. Der eine. Der hat sich so nach vorne gelehnt. Die Körperhaltung hat mich so gelegt. Die andere. Habe alles zerstört. Es gab... Denn der Trainer hat es richtig gemacht. Der eine hat es okay gemacht. Aber in Zeitlupe. Und der Rest hat absolut keinen Fuß vor der andere bekommen. Ich hab... Das war so ein Cringe, gell? Und du hast es so geschaut und nicht gedacht. Lappen. Ja. Hab ich echt. Hab ich echt gedacht. So. Du so kannst keine zwei Meter grad auslaufen. Ne. Ohne jetzt. Das ist halt echt besser gemacht mit einem Ball. Alter. Die waren so krass drauf. Oh, Junge. Dann haben die die ganze Zeit so ein Kreistraining gemacht. Das ist so aus, als würde es ja Baumann machen. Ja. Du kannst ja Moderator sein. Und mir die Kommentare vorlesen. Da ist wieder tausend Leute, Alter. Wenn ich jetzt wieder schütte. Ah. Was? Oh, shit. Oh, shit. Ich geh... Oh, fuck, Digga. Wenn jetzt stirbt man, dann... Dann rast ich richtig aus. Ich geh an die Kiste. Oh, der Revolver, geil. Alter, ich hab keine... Ich hab keine... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab ne blaue Pump. Oh, ich hab ne... Mehr hab ich auch nicht. Aber mein Gegner trinkt schon wieder. Das gibt mir schon wieder Kehre. Ja, ja. Komm an, wenn du den Chat wieder voll spams, man. Dann bann ich dich. Ich schwör. Ich freu mich. Oh, ich hab ne blaue Pump. Oh, ne Trommel. Juh, 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 juh. Was ärmer? Wer hat das Haus weggespringt? Erz ist hier alles. Erz ist hier alles weg. Ich bin down. Ja, ich... Kann ich... Kann ich killen? Kannst du was? Ich komm, ich komm auch. Mach ernst, mach ernst, mach ernst. Warte ich sehen. Der hat das hier. Er hat nur diegel, hat nur diegel. Geh rein. Push it, push it, push it. Oh nein, da kommt noch ein anderer. Ah, ne. Kreidmann, Kreidmann, Kreidmann. Du musst nicht mehr leben. Kreidmann, komm, bitte, bitte. Für die Erde. Komm, unter dir. Ich bin Kreidmann. Drück, 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 drück. Ein HP. Absolut krank. Schwert, drück dein Finger in den Controller, dass der abbricht. Oh, oh. Ich hab, ich hab Big Shield, die das... Hier oben liegt auch noch einer. Ja, ja, ich weiß nicht. Alter, das war ja so close. Ja, der hat das ganze Haus weggeführt. Ich konnte nichts machen. Da wird das noch mal, er hat er so. Nee, ich hab auch selbst nur schallgenämpft MP und so. Wo sind die Gegner, man? Die Verbellen. Ja, in Grau, Alter. Ist die nicht so nice. Ja, ich hab Aus- und Schnupfis. Überall. Sind da Verbände? Sind da Verbände auf dem Ding? Im Ding sind welche? Der Gunner ist ein 2, er hat schon 22. Der war todesbehindert. Hast du ihn schon gekillt, oder was? Bist du crazy drauf? Kommt mal mit, kommt mal mit, Jungs. Ja, wir müssen einfach zusammen mit dem Squad rumrennen. Alter, da liegt Shotgun, Jungs. Dann hol sie den. Lauf mal Richtung S. Lauf mal alle nach da. Da sind drei Waffe, oder so. Hier ist ein Gegner bei mir. Ah, ja, ich sehe es. Oh! Digga, ich war One Burst. Was? Ab dem 57er. Ja, ich gehe unten ins Haus rein, dann bin ich safe, aber ich war absolut One Burst. Ja gut, ich hatte 70 Leber, aber trotzdem ist er krank. Junge, warum triff ich dich? Nice. Ich bin hier. Boogie. Ich habe sechs Zuschauer, Mann. Ich freue mich so hart. Junge, was ist mit ihm? Seine MP. Er sitzt in dem Eck. Er kommt. Das war so belastend. Also einer. Maris, einer ist direkt unter dir. Nein, noch zwei. Es ist so belastend, Alter. Es ist so krass. Es ist so belastend. Ja, Maris, du bist wie dein König. Okay, sure. Hast alle gekillt, Alter. Oh my god. Na, war zwei hab ich geholt. Es sind aber trotzdem noch ein paar hier, gell? Immer noch. Doch, da war... oder? Keine Ahnung. Aber hier ist nur noch mehr. Scheiß Dual Pistals, Alter, komm. Warum wir wieder mit den Burst? Hat die irgendwas zu viel noch, Mann? Aber gar nichts. Ich check euch ein Mini. Ich check euch ein Mini. Ich nehm nur einen. Ja, ja, ich hab nen Bruder. Oh, Junge. Ich weiß gar nicht, was du beim Inventar machen soll. Junge, Verbände sind jetzt so wichtig. Oh, oh, oh. Oh, du Hund. Ach so. Ne, ne, ne. Alles gut. Nimm sie, nimm sie. Du hast mein Leben gerettet. So richtig. Du hast mein Leben gerettet. Ja, ja. Dein Burgerladen waren vorne Verbände. Hat die jemand schon genommen? Keine Ahnung, ich geh mal hin. Kann man halt auf mein Ge... Ah, ne, hab's... Oh, 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 oh. Wiss ich das. Und oben hab ich auch noch nicht gelootet. Warte, ich dropp mal hier ein paar. Nein. Ja. Da ist ja nur ne Kirsch da, Alter. Hui. Oh, leider nix nice. Alter, nachher ist der Skin sieht ens heftig aus. Vor allem das Ding auf dem Rücke, Alter. Ja, das Ding sieht echt geil aus. Aber die Frau... Die Frau dazu auf den Skit will ich schon. Echt? Ja, was heißt? Anders. Sie war anders. Oh, scheiß drauf. Lass da hingehen. So. Guck, ob da vielleicht unglutig. Gott, hier liegt immer Big... Oh, ist nicht natürlich. Wo ist das Portal? Marius Timo fragt, warum er dich nicht hört im Stream. Ich lauf straight rein. Er vermisst eine klare Stimme. Ja, ja. Und warum er das gemacht hat, frag halt ehrlich. Krank. Hey, bei mir... Ich muss mir, glaub, auch neuer Scaf holen, wenn ich bald verdiene. Geld verdient. Neuer Scaf holen. Weißt du, mein Scaf-Paddle manchmal spackt's bisschen. Guck mal, das rechte Klinger noch. Ja, ich würd mir auch. Aber das linke Mann, ui. Jawoll, hier ist schon ungeloadet. Alles nice. Und jetzt... Alter, ne blaue Trommel wer will. So, jetzt... Hallo Leute. Schreibt mir, wenn ihr... ...der Hunde fertig seid. Ich muss kurz sein. Aha. Er macht wieder den Hunt-Move. Ähm... Da liegt Rakete-Werfer im Fußballstadion. Hier ist ein Medikit, David. Beim Pool. Wenn du willst. Für dich. Gerne. Nö, ich lauf gern mit 60. Ich lebe immer nur. Oder Kreidmann. Minis sind ja auch noch. Ich leg sie dir da hin. Oh, das sind schon ein paar Lacks, Alter. Schon eklig, Mann. Echt lagst du das? Ne, es lag nicht richtig, aber irgendwie... Weißt du, ich drück bauen und dann dauert's halt so... ...n Augenblick. Das läuft der Vire. Das hab ich auch... Ja, ich weißt du meinst. Das hab ich als der Mini-Moder da auch mal zum Prime guckt, Mann. Ah, da ist ein Loot-Drop. Bin schon auf dem Weg. Oh, das ist ein Gegner? Ne, das bist du. Ah, ich hab grad so Schiss bekommen. Hey, wo ist ein Pool eigentlich hier? Ah, da warte. In der Halle, da ist... Oh, 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 oh. Meins? Boah, noch ein Minimal, nämlich Team 200. Achso, naja, okay. Gönn dir. Ähm... Philippe, Gruß auf dich. Wenn Dislag gibt's, dann sind wir keine Freunde mehr. Soll ich es wegge? Ja, nimm, nimm, nimm. Ja, Alter, ich hab jetzt grad noch... Im Loot-Drop war eine goldene Salve. Und hier ist ne lila Salve, wie heißt sie? Die nehm ich, die nehm ich. Ja, die liegt hier bei mir. Da, wo das... Sieh ich, wo... Ich mein... Ja, ja, okay, ja, okay, gut. Da oben. Da oben. Obe bei der Tanke, weisch? Hier. Ah, klar. Vielleicht, wenn wir ein Inside-Profil. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mein High-Kill-Gameplay hier grad gerne hochladen. Ist kein Problem. Ja, du hast... Nehmen wir mir. Ich hab auch plass, wie gesagt. Ah, er baut den Mann, lass ich den jetzt, Mann. Wo sind die? Ah. Ist da einer? Ne, es sind mehrere. Jo, übertreib doch komplett, du kleiner Hund. Ich will da Profi bauen, mach ich da oben. Ah, ich löfte da mal ein paar Nails rein. Alle rein, mal rein. Er verpisst sich komplett, sein Larry. Ja, ich hab keine gescheite. Ich hab nur Trommel. Der eine ist hart. Er hat Headshot, lass mal ein bisschen rein. Der eine snapt eh nur. Lass mal ein bisschen rein. Lass mal ein bisschen rein. Der eine staun, nice. Dega, er wollte mich so... David? Der hat grad den Leck. So Leck hatte ich noch nie, ne? Wie grad eben. Ich wurde angeschossen, ja? Aber die Hilt hat auch schon mal ein bisschen schwerer angezeigt. Gönnt dir das LMG. Also ich hab so angezeigt an, dass ich jetzt ähm... Geh mal, komm! Willst du nichts, LMG? Junge, wo ich die Burst bläst? Sag mal, die hab ich gesucht und hab sie immer gefunden. Ah, komm, ich sag's dir. Da wurde gesucht gebaut. Junge, Alter, diese Risse. Ein Busch. Du bist dran vorbei gesprungen. Seht ihr die? Von oben. Ich raff gar nicht, wo du meinst. Ja, die sind jetzt Richtung 330. Lass mal hin. Lass mal ein bisschen in Zone. Ja, lass mal in Zone. Wohin? Ich raff es eh nicht, wo du meinst. In Zone. Zone. Jaaaa. Ich bin David, ich bin taub. Autist, aber nicht taub. Ich bin anders als die anderen. Ich bin David. Hier ist ein Riss, wenn wir all rein. Ein Riss? Oh, lass echt in den Riss. Wieso ist der Riss hier oben, Digga? Ey, wieso spamt denn hier so Kommentare, Mann? Also nicht, dass ich's nicht wehren würde, aber ich kann's gerade vorlegen. Sag mal... Okay, mein komm. Pascal. Call mal was. Pascal, okay, Pascal. Hinter dem Berg sind die Glantis. Hinter dem Berg sind die Glantis. Ja, dann lass auf dem Berg hoch, oder? Ja, ich land jetzt hier auf dem Berg. Weil hier ist noch eine Kiste. Oh, du beschädigst dein Helm. Und, oh, hier sind so drei von... Hier sind ja diese Chancen. Junge, ich hasse dich schon hart. Lass da mal runterfahren. Richtung Pascal. Ich mach jetzt hier... Ich mach jetzt hier entweder, wenn ich der absolute Tode... Oh ne, erstmal bräuchte ich die Bäume ab. Alle haben vorhin noch ein paar WGs geschaut. Gibt schon ein paar chillige, Mann. Achtung, ihr werdet angegriffen. Du musst mal kaum machen, wenn ich die hab. Nein, du bist so dumm. Nein! Nein! Du bist ja runtergeflogen. Du bist ja Autistisch spielig, eigentlich, Mann. Jetzt fahrt eine Einkaufswahr gegen mich... ... und fliegt eine Bergwunde. Aber du weißt es nicht. Du weißt es nicht, Mann. 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 Ihr scheiß Flachzange, hole mich jetzt, Mann. Ich bin auf der Karte. Nur bestimmte Buggy, Mann. Das war ja... Daniel, ich bin halt hier zu der Fresse. Daniel, du bist ja nicht für Fortnite-Autist, Alter. Das ist abartig, Mann. Ich dreh durch. Das sah katholisch sich aus. Ich guck auf dem Bildschirm auf MSG, dass da Mario ist durch. Es sah so... Warum lachen du jetzt so dreck? Chill jetzt mal. Ich hab noch Minis. Junge, es war so random. Ich hab noch Minis. Du bist so dumm. Ich hab voll chillt, Mann. Du Vugo. Ey, weißt. Du rennst aber genau in dem Moment in den Einkaufswahr rein. Da kann ich echt nix für. Oh, se. Das bin ne Berg runter, Klobber. Mit Binge. Ich bin halt der Klobber. Aber du warst in dem Haus drin und bist dann grad raus. Ja, jetzt halt ich recht. Ich erinnere mich, ich war dann am ersten Tag von Season 5, als der Markus Obert mit seinem Kollege... Äh, wie so... Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nice, Digger. Wird das ... Das war's, Mann. Ich hab nur 94er Hit gesehen und dachte mir sowas. Krank. Vor allem mit Jagdgewehr. Heftig, heftig. Aber das hab ich schon krank gemacht. Jo. Ich hab irgendwo ein Team, wo mit Buggy rumgefahren ist. Ja, das kann doch weit wechseln. Die sind hochgefahren mit Buggy, also der richtige Spaß. Das könnt ich sehen. Ossi, du kommst jetzt halt ein bisschen runter. Und du nimmst nicht so viel Pepp oder was du immer nimmst. Polizei darf das nicht mitbekommen, Jungs. Da ist ein Lootjob. Oh, Junge, er ist... Jungen. Vielleicht kommt das gefriedigste Gefühl auf der Welt, wenn man 999 Holzer hat. Ey, was? Der Buggy fährt hier bei mir in der Nähe. Ja, ich portet fort. Hast du das gesehen? Jungs, 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 Jungs. Jungs, Jungs, Jungs. Direkt vor dir in Westen. Das war von mir. Markus Obert. Hast du gesehen, wie ich das aufs Dach gehofft hab? Und dann warst du auf einmal hinten dran? Ja, ich hab auch gedacht, dass es auf dem Dach landet. Noch ein Lootjob oder noch ein Lootjob. Vor uns. Genau, vor uns. Egal. Nein, Mann, ich hab Medikit gefunden. Ja, geil. Ich hab nix zu healen, Alter. Ich hab nix zu healen, Alter. Nein, ich mach dich kaputt und dann wieder ganz. Mach schon bald mal Selbstverteidigung aus, die bei Polizei. Ja, am Donnerstag glaube ich sogar schon. Fing dann mal was bei. Alter. Ich muss kurz chillen, Mann. Hab 999 Holz. Todesgeil. Gib mal was ab, Loh. Aber. Mies. Will ich umchecken. Viper von 60. Alter, wir haben so einen Lack grad, gell? Alter, jetzt müssen wir ins Portofino. Was für ein Ding müssen wir. Portofino. Gegner close bei O. Die sind zwei unternehmend uns. Markus, Markus, wie nennst du das Dings? Das ist Trommelgewehr. Taschamushi. Ach, Trommel. Trombose-Strumpf. Trombose-Strumpf. Jungs, Jungs, schaut mal nach O da. Die Gegner, mache ernst. Die kriegen gute Hits, Digga. Oh, okay, eigentlich nicht, aber. Ich hab jetzt jedem Paar Hits gegeben. Oh, ich bin grad so ein Autist, Mann. Ich bin so ein Autist grad. Ja. Das sind solche No-Hands. Das sind solche No-Hands, Mann. Digga, schießt mal die Wand weg. Was macht das? Die haben absolut keine Hände, also. Ey, mach kein Auge dahinter, Mann. Der macht richtig Auge. Und so viel hab ich nur zu bauen. Die pushen gleich, Digga. Was ist los mit ihnen? Der Junge schießt doch nicht auf meine Hood hier. Der eine ist schon relativ weak. Er ist, er ist wide. Einer, den push zurein, obwohl er gar nicht mal viel Life hat. Der ist gerade. Der wurde von hinten noch gefickt. Die wurden von hinten noch gefickt. Also der eine oder oben war. Der eine von den Leuten und die Zone ist voll klein. Das ist voll heftig grad. Da liegen noch Minis, wenn die jemand mitnehmen kann. Der eine, der hat Raketelwerfer gehabt, gell? Kann man eigentlich schon... Ja, ich nehm die Minis. Der eine macht den hier. Die wollen flanken. Halt die Fresse, Mann! So was nervt wieder, weil ich die ganze Runde... Komm, du schnell. Nein, ich hab nichts mehr zu bauen. Alles klar. Äh, warte ich mal unter dir einfach ab. Ähm, der denn. Junge, vier, dreißig Kommentare, Mann. Wulf Commander, verpiss dich jetzt mit deinem Scheiß rumgespame, Alter. Alter. Ossi, bist du Autist? Ja, Alter. Wenn du mal guckst... Der haben die... Die Pusche vom Berg runter. Nein! Schlag ist doch kaputt, schießt es kaputt, schießt es einfach kaputt. Ja, dann mach ich echt. Ich hab nur einen Kill davor bekommen, Mann. Wann geht der andermal down? Schlacht, Sange. Wir werden gleich so gesniped. Wir werden gleich so gesniped. Dann passt dich richtig aus. Hast du noch deine 900 Holz? Weil ich hab null. Ja, ich hab noch 6. Kann man null Volt haben? Gell. Niemand baut und sie mit Raketen werden verkauft. Nein, nein, der baut nie was an. Ja. Jetzt chill. Das war genau das, was ich gestern hab zu bauen, oder was wir zu David gesagt haben. Oh mein Gott, Digga, der schluckt jeden Hit! Ohhhh. Hey, wo sind eigentlich die ganzen Gegner? Die hier und? Die sind noch neun Gegner. Ist links unter. Mach, ist links unter. Ja, warte. Nein, ist close neben mir. Oh, ich bin so down. Ohoho. David, David. Hast du denn? Okay. Hab ihn. Nice. Ich muss nicht kurz hier. Habt ihr Granate? Alter, es lebt ja immer noch 11. Marius, hol mal hinter dir den Loot. Hinter uns sind halt auch noch Gegner, das Problem. Ich hab noch einen gefickt. Oh, leck. Der war so drauf. Junge, ich hab absolut nichts gerafft. Ich brauch mal irgendeine Luft. Pass auf, wege Seite, Marius. Ja, Junge, es ist so hänge, man. Ich hab noch einen Schuss. Hashtun mal, der David. Fuck. Nein, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jetzt hol mich schnell, jetzt hol mich schnell. Ja, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Gib Speed und dann geht direkt zu Marius. Oh, dahinter, dahinter, dahinter. Echt, ist der down? Nee, aber hilf ihm. Ich weiß, sind wir da im Haus. Ja, ja, hinter dir ist ein tschack-tschack, den kann ich schrecklich drücken, damit's LÖ dabei. Geh aber direkt zu Marius, geht direkt zu Marius, hilf ihm. Ja, ich noch den Weg mit. Oh, jetzt hab ich endlich der Holz. Bei dem Haus da. Ja, ja, ich weiß nicht. Wo ist denn die bei dem Haus? Ja, dann habt ihr ja safe gewonnen, weil die müssen ja zuerst aus die Zone pushen. Ja, Junge, den ramme ich jetzt so mal Raketenwerfer. Ähm, ich mein, ich töte sie einfach nur. Ich mach nix mit ihm. Im Haus vor uns bei SW oder was? Oder bei S? Ja, alle drei. Ah ja, der eine kommt raus. Alle drei sind draußen. Einer ist direkt unter Marius. Und die andere zwei sind bei dem Auto. Der eine Schwung hat rechts, ja. Der eine kommt gepusht. Oder keine Ahnung, was der macht. Ja, die pushen beide. Junge, der eine, der eine baut ab. Pass auf. Oh. Ach, ich bin ja selber nicht in der Zone. Ist das so dumm. Ich checke, was ist denn Marius? Alle, alle beim Portofo. Po, po, po. Ihr wisst, wo ich mein. Hab einen, hab einen. Nice. Nice. Genau vor dir. Rein und kommt. Baller rein. Nice. Zwei down. Nur noch der ganz hoch. Achso, ja, nice. Nice. Ja, nice. Impact Mert. Impact Mert. Ich hab einfach nur drei Kills gemacht. Alter, Rossi. Ich hab sogar drei Kills gemacht. Ich hab die ganze Zeit nur zugeschaut. Ja. Was ist das? Hey, Wolf, komm mal an. Ich sag dir jetzt doch einmal, ich banne dich gleich. Ohne Witz. Das ist doch so scheiße langweilig. Impact Mert. Ich hab fünf Kills, obwohl es so nix passiert ist irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, eh. Es ist so viel passiert. Ich hab auch nur drei Kills. Also der Impact Mert. Ah. Markus. Der eine, der PSN. den haben sie wiederbelebt. Das war den, wo ich auch Killed hab. Die Ultra No Hands. Mhm. Wo im Waage Akku sind. Impact Mert. Also das finde ich, da haben wir erstmal Party Lade. Oh, eh nicht. Oh, der kommt nie. Da ist er. Der Impact Mert. Ich hole mir kurz was zu zippen. Mach das. Oh, wie viel, wie viel brauche ich noch? Oh, nur noch 7000 XP, dann hab ich die Maske. Es ist ein Fehler passiert. Das ist gut. Habt ihr auch den Fehler? Ich hab auch 800 Kuscht. Alle, ich hab 2800 D-Max. Ich warte noch, bis das Gutes kommt. Was ist gemeint, Markus? Was der gekoscht hat. Hat er doch gesagt 800. Hans. 800 gehen. Nein. Das geht mit dem Rucksack. Oder. Der Rucksack hat, äh, Ding. Was geht jetzt? Nicht das Lama nachdem du suchst. Alter, ich verstehe euch grad. Das leckt voll. Hey Jungs, Alter. Bei mir in der Kieft, äh, Kieftrültu, äh. Tiefkühltruhe. In der Tiefkühltruhe ist einfach Toast, ne Packung Toast. Das ist wie bei Hannes. Warum ist das? Hannes hatte mal Toast im Kühlschrank und wir sind absolut ausgeraschen. Wie kann man nur? Ja, aber warum nicht? Nee, ne, ne. Indexfriertruhe macht's ja Sinn, weil dann bleibt er wirklich länger haltbar. Ja, aber hä? Auch mal ein halbes Jahr. Wir kaufen doch kein Toaster Vorrat, man. Sehe ich aus welchen. Ja, ist halt echt so. Vielleicht war er angebucht. Ach, war, Junge. Mutter hat eine Handtasche wieder mitgenommen. Der schlägt, der muss arbeiten. Der geht um einen Kanzel als Penne. Ja, 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 würde ich auch mal. Mach dich, falls du das hörst. Grüß dich. Was? Was? Alter, Markus, Mann. Legt's Internet wieder in Edda im Münster. Edda Bruno Metz hockt wieder auf der Leitung, oder? Nee, nee, er war... Mein LAN spackt irgendwie. Die PS4 akzeptiert mein LAN immer. Ich akzeptiere... Ich sag immer verbinde und okay und dann verbindet's noch. Hä? Ja, ich rech so alles ein. Und dann magst du in deiner Verbindung testen und dann kommt irgendein Fehler. Belastet. Man geht ja nicht auf testen, sondern zockt gleich, Mann. Das geht genauso wenig, weil... ... nicht verbunden ist, du Nesse. Kannst ja zu mir kommen. Und bei mir zocken. Ja, ja, okay. Ich fahr jetzt los. Gehen wir Häuser, oder? Ich geh, glaub, zu 100. Ja, wir gehen wir Häuser. Weißt du, ich mein sowas ernst. Ich geb wir auch. Das ist kein Problem. Brings packen Toast mit, dann... ... löff ich das. Ja, es geht einmal in die Kieskühlkurve. Ein Häuser geht mit. Und der geht, ähm, in den... ... in den Shop. Jetzt wäre es halt ein bisschen kurzfrühstück, aber so... ... wenn du jetzt sagst, dass ich morgen Abend kommen soll, dann würde ich morgen Abend kommen. Was ist morgen für'n Tag? Weil ich würde noch lieb schüttlich brusche, gell, den Typ. Diensteig. 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 Ja, Junge, ich hab so kein... Generation, ich hab Ferien. Ja. Ja, das ist so krass. Ja, ich hätt's auch gern dieses Gefühl, aber nein. Ich hab heute einfach mein Training verpasst. Haha. Stabil. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich sag schon, ich muss dich kurz konzentrieren. Ich bin in deinem Nacken. Wo sind Gegner bei euch? Ja, nur einer. War bei den Anfangsreißer jemand, Markus? Mir liegt noch ne... Will jemand noch ne grüne Taktische? Ja, haja, hol ich ab. Wo liegt die unten? Ach man, der piekt da hinten, wenn der von hinten kommt, startet. Oh, man kann ja kein Double Pump mehr spielen! Das nervt ja so krank, ich vergesse es jedes Mal. Komm mal kurz, du musst dich kurz kriegst, glaube. Ja, alles easy. Ey, blieb da! Ey! Blieb stehen! Alter, ich hab' solche Lacks gratis vollständig. Boah, der hat den Big Shieldy noch nicht getrunken. Ja, er wird deswegen gewollt. Ja. Boah, schon 30. Das nervt so, dass Double Pump draußen ist, man. Das ist, das... Ja, ich finde eh Pump hat sich das nicht so schlecht gemacht. Ja, es wird taktisch auch. Ja. Ja, warum nur taktische Spiele ist halt schneller als zu dubbeln, so. Deswegen. Ja, ne, ich hab' immer einen Pump, zack, taktisch, fertig, aus. Ja. Ja, ja, das stimmt echt. Jetzt macht's halt mehr als den Pump, MP, oder gleich MP. Eigentlich gleich MP. Was? Ja, der Lukas. Ah, David, wenn du willst, ich hab' Verbände und, äh, Schlürf. Oha, Schlürf, ja, das nehm' ich gleich. David, was geht mal? Äh, nix. Hast, safe, Schlürf, sagt, weil dann nämlich nur ein Mini. Ich hab' sogar zwei Schlürf. Okay, entspannte Möse. Ah, das war dead, alter. Ey, ey, ich hab' den absoluten Weg. Oh, die komische Waage, die komische... Ja, stimmt. Hier, chill, 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 chill. Die sind direkt mit mir, was? Ich hab's sehen. Nein, es geht zu Marius, es geht zu Marius. Ey, wer werft denn Lades zu mir, Mann? Von euch Flachzangen? War das einer von euch? Nee. Ah, wa? Wende sind sie? Sie kommen, sie kommen. Ah, nee. Ja, ja, wir kommen auch. Sind die Hundehütte? Alle weiß, alle weiß. Die sind alle weiß, die in die Züge kommen. Ja, wo fahren die hin, wo fahren die hin? Sind die Hundehütte raufgefahren, oder was? Hinter der Hundehütte, ja. Hinter der Hundehütte, ja. Ein down. Cross the map, bitch. Zwei down. Across the map, bitch. Lash down. Ich will auch was. Ich hab... Ah, hab ich einen Kill bekommen? Ja, ich hab einen Kill bekommen. Oh, man. Aber eigentlich nice, dass ich das Auto durchgebracht habe. Das war schon die größte Flachzange. Alter. New below. Oh, den Schlürfel ich echt gar nicht benutze. Ah, hier ist noch extra. Ne, mein Fahrer ist gleich mit dem Wagen nach Paradise Porks, okay? Ach so. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, komm, ich bin Fahrer. Alter, ich flieg... Alles turn up mit Markus hinten Das ist ein Gegner, ein Gegner, ein Gegner Warte, warte Digga hits, Digga hits, one shot Nice, bist du gut Warum verpasse ich alle Gegner? Das war aber close, oder? Juri, das war der Upper Red Solo Squad, zum Beispiel Drive-Bios, dem Sport-Coupé Hey, chill, Nigger Nigger Hey, chill, bleib doch stehen, ich werde jetzt perfekt zu dir getrippt Ey, das mit der Karte ist fuckt so ab, man Alter, ich hab so einen runter mit dem, das ist so stressig Auf die Karte geht, zooms Achso, ja, so Nee, nicht zooms, dann gehts halt runter vom Gas Aber wenn du Drift gedrückt hälst, dann gehts, schau Gar nicht Doch Bin jetzt auf Karte Ah, okay, chillig Ah, okay, chillig Der Magnus hinten drauf, Alter Da weht sein Ding im Winde, ey Oh, ich zieh loot, da stehe ich ab Ich läuft saft Also, man kann nicht vom Auto loot, ist schade Nein Doch, man kann vom Auto aus looten Wenn man Beifahrer hat Nee, man hebt nur Munition auf Also, hinten drauf kann Ah, okay Also, hinten drauf kann man nix aufheben oder so Chill, wir mal ins Kranken auftaktieren Wenn nicht gehen wir noch nach Jemen durch, dann haben wir ein guter Loot Ich hab ein Käpt'n geleist Nee, das war Marokko, Mann Das ist das selbe Er verpisst sich einfach als Fahrer Das ist ein Gegner Das ist ein Gegner Das ist ein Gegner Ja, wo ist er bei dir? Ich bin wieder ein Low-Skin Ich bin wunderbar auf Der Ernst ist der der Beste Ich bin absolut weak Ich bin so tot, weil ich nix zu bauen habe Chill Oh, ich bin jetzt wundervoll Das Leben sagt, der ist absolut weak Ja, weak position und nix zu bauen Oh, Mann Hab den einer Krieg wieder geile Kills Egal Ich mach mal den Erlose-Move Hab mal den Erlose-Move Hab mal den Erlose-Move Wart kannst du mal da hinterher sein weg Oh, gib mir das Holz, Mann Oh, der pusht mich Oh, der pusht mich Komm, geh rein, geh rein Bin hinter dir Pusha, er ist im Haus Rechts, pass auf Oder Pusha Keine Ahnung Ich geh da jetzt nicht rein Der killt einen Der sneakt durch mal High-Ground Alle haben nix zu bauen Ich gomme erstmal die Kiste hier Der steht hier irgendwo her drin Der steht hier wieder raus Ah, er ist bei mir Ah, er ist bei mir Mein Gott, mach ja wieder Harakash, Mann Der sich auch Er macht richtig ernst Komm mal, komm mal Ah, lol, ich hab das Oh, 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 oh Oh, mein Gott Frisch, Gott, Frisch Selch umgelegt, Mann Oh, war das ein random Headshot am Ende, Alter Aber, oh Tätig Tätig Ich weiß jetzt Das, die Runden laufen gar nicht so Da liegt noch ne blaue Salbe, wenn jemand Oh, Ossi, komm zu mir Ich krieg schon ein Mini ab Ja, wo? Ah, es war noch zwei Minis Ich hab auch 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 noch zwei Minis Was ist, Markus? Ich hab blaue M4 Auf Ohr liegt es noch ne blaue Ah, da liegt noch ne blaue Salbe Ich brauch Holz, Alter Ich hab nix zu bauen Ich auch Wo? Wo? Ossi, jetzt ist auch der Zeitpunkt, an dem du Holz, Stein und Metall farmen könntest Ja, ich weiß Geh ich da Alter, für 300 Meter Das war auch praktisch Ne, das mach ich jetzt nicht Ich brauch mir nur Holz Oh Blutjob close Ja, bin schon da Mies Ja, Mann, Ska, wenn jemand will Hab's selber Hab's selber Ich will Hehehe Hehehe Ja, dann hol dir Die Lache noch Hä? Wieso will ich eigentlich gar nicht? Weil ich selber noch Was ist ruhig los? Und weil ich halt bisschen lustig bin, weißt du? Ja, ist super Minigun, den kann ich auch nehmen Scheißegal Ich find die eigentlich auch echt chill Ich find die eigentlich auch echt chill Ihr seid bei nem ganz Ihr seid bei nem anderen Lootjob, lo Ja, ich war nicht schon Gold in Ska gesehen, aber jetzt hab ich den Scheiß nie gegangen, Mann Ich bin echt enttäuscht, schau mal Ach Scheiß, den Heule-Emot hab ich nicht Ey, komm wieder Wagen, komm wieder Wagen Das bin ich, das bin ich, das bin ich Ihr habt den anderen Lootjob geholt, voll nice Voll nice Hier ist Tamba-Level Und Medikit-Level Ah, Medikit nämlich Ja, ich hätt dann gern ein Mini dafür Ja, ich geb dir zwei Minis für den Tamba Und AR-Muni Ich hab dir zwei Minis für den Tamba Ich hab auch zwei Minis für den Tamba Ich brauch nur einen Mini Ich geb ihn da, werd ich nem Granade mit Wer zuerst kommt, mal zuerst Ich hab keine AR-Muni, Mann Ich hab 30 in meiner AR Ich hab 600, Digga Ey, magst du sowas? Dann ist Markus seiner Jetzt flähnet, Alter Komm mit nach hinten Nachdem, komm Ey, Marokko, komm doch Die sind schon dort Die sind schon dort Ups Und hier um Lande Gut Thank you Ich hab' das geplant, ne? Wollte nem' geplant, ne? Hehehe Hehehe Wollte nem' geplant, ne? Hehehe 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 Ehh Chill doch Ich schwör Ich hab' Alter Aaaaah Reif frei aus dem Sport Ich schwör Ich schwör Ah, Leute, schreit mal. Ähm, hier AR. Worauf? Hier ist ein Minis. Ja, Minis brauche ich gar nicht. Ja, dann nicht Stacks. Check mal bis LAR. Achso, wo? Ja. Ja, X. Wohin? Junge! Nach Marokko, eigentlich. Marokko liegt hier. Ja, ich hab grad ein Map. Alter, wie geil die Scheine wegfliegen. David, guck mal da hin. Warte, ich hab's auch. Junge. Mann, die Cash. Vor uns, Gegner. Vor uns, Gegner. Ja, im Auto, im Auto. Ich war hinterher. Man, Uti, du Farsch. Wieder gewischtet. Die sind ausgestiegen. Mach ihn weg. Nein. Wer hat die Wand gebaut? Mann, wer war denn das jetzt? Aber die sind auch her. Das ist ein richtig erster... Ah, hinter uns, hinter uns. Wir haben das Sandwich von Berg. Von Berg. Lass auf Bergpush, oder? Alter, ich bin so weak geschossen grad. Also, null. Hinter mir auch noch schon weak. Äh, jetzt wird's zu viel. Ah, ja, super. Ja, komm, Tigger. Der auf dem Berg ist gut. Der auf dem Berg ist absolut gut. Hat mir solche Headshots gedrückt. Ich bin, ich bin ein, zwei dahinter, hinter dir. Der PUSH, der PUSH, der PUSH, der, der will Fini... Ist... Komm, den krieg ich... Nice! Ah, Leute, ich hab gedacht, das ging. Ja, ja, ich weiß. Ist echt gut. Die bei uns sind echt gut. Der einer hat mich so gut weggemacht mit... Keine Ahnung was. Der Robin. 23. Oh, 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 oh. Ah, er hat noch Flu Life. Guck mal, wieso krieg ich dann Weiße... ... oder Hitzesack... Ne, ich versteh das mal nur nicht recht. Boah, das sind noch welche dann auf Dings, auf W. Ja, durch. Ja, ja. Ja, ich hab auch fast nichts mehr zu bauen, Mann. Ja, ich hasse mein Leben. Junge, Alter, ich... Was ist das für ein Team? Wo? Das waren vier verschiedene Himmelsrichtungen sind sie rumgelaufen. Alle vier. War das alles ein Team? Das ist so... Ja! Digga krank. Das ist so komisch. Das ist so komisch. Die war dabei krass, Alter. Die war krass. Kann man nix sagen. In vier verschiedene Richtungen sind sie. Heftig, heftig. Im Moment hab ich den John Wick gefinisht, Mann. Ich hab Judith Lohrreyer gefickt. Echt? In echt oder in Spielberg? Ja, mal auf. Ist grad im Stream. Jaaa! Fick mal! Uuuuuh! Du bist ärmer! Oh Mann, Alter! Ich hasse dich wieder für das... Ah, weiss. Schrei wieder rum. Jetzt komm nicht der Vorder. David. Räumer! Mach mal kurz dir die Mutter noch, wie sie sowas nicht sagen wird, wenn du jetzt glaubst. David. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Oh, jetzt kankhaft, ich muss grad lachen. Warte, warte, warte. Oh, David. David, wie soweit schwer raus. Warte, was latch athletic sind. Oh, David, ich muss morgen arbeiten, du weißt. Mach bitte nicht so laut, sonst mach ich Playstation aus Papa macht's schlurmenweg Papa macht's schlurmenweg Papa macht's schlurmenweg Oh man Oh fuck ich gewann Jetzt Fatal Fields man Bitte sitz Hast du erlöscht Alter bitte Schlitz dich ein Rauch Das ist der schlutsche Scheiss der Welt Ja man Freddy faul ich richtet Schaden an Lapp Steine Lapp Steine Lapp Steine Nummer 3 Ab schon du bist im Shop Was ist mal Mal Überlegen als hätte Fatal weggemacht und Anarchie gelassen Hätte so gefällt Das wäre ein kranker Unterschied gewesen Ja weil ich finde Lama Nix blaues aus der Scheiss Wenn irgendjemand aus dem Chat Mit mir anschauen will Können wir ja mal ein Fantreffen vereinbaren Es geht auf David seinen Nacken Ja mit Happy End Ja wenn ihr wollt auch mit Happy End Ja wenn ihr wollt auch mit Happy End Aber eigentlich auch demnächst Äh Ossi Weißt du was morgen rauskommt Was You are the dancing queen Nein Nein Doch Oh Gott Oh mein Gott Ey das gleich mit Michi Schreibe Du bist die PSN Party Du bist die PSN Party Du bist die richtig auf Kokain man Ja Ja aber ohne Witz sag ich echt rein Ja ja mit Michi im Sinne Das haben wir doch mal alles nach Ja 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 ohne Witz ich Ich geh das so aus Ich auch du Ich schieße mit David Drei ist halber rum Das sind ja die viele Menschen So hätt ich mal deine Ohren geputzt heute wart Ich hab jump it Ich hab mich dass es Zwei Schüsse waren Mies Will ich Minis David? Ja man Hätt ich so dumme Spruche ausgehauen Spass Markus will ich goldene Double Die liegen da Ja ja David willst du mit mir im Dock abgehen? Ja willst du Ja diesen Monat hab ich FahQ man Uuuuh Shotgun ich will einen Platz Alter was sie gibt die scheiß Waffe her Da warst du wohl der Ja Wann scheinlich Ja Wann der Jäger noch Turn off des Todes Ich hab den Baum hängen blieb ich I'm the dancing queen Osi du bist die größte Dancing Queen Bist das wirklich? Aber Osi liegt irgendwas bei der Polizei oder? Ne man ich bin grad absolut vom Fitness gefickt Ne man ich bin grad absolut vom Fitness gefickt Ne man ich bin grad absolut vom Fitness gefickt Ne man ich bin grad absolut vom Fitness gefickt Also wenn ich Training war dann bin ich müde Oder bist du so gut drauf weil Selin drei Tage weg ist Ne Hehehe Alles on stream gell Alles on stream Jungs Hehehe Hehehe Nein das ja und ja ist nein Hehehe 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 Aber ok Hehehe Hehehe Hey war jemand die warflachter Nein nein Wo Hehehe 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 Ja der Pass gefallen ich Osi du fliegst jetzt mal den Rückwärtsgang ein Und fahrst 10 Meter nach hinten Und dann chillst du da mal bitte Hehehe Ja ich gehs eh mal pen wenns geht Davor musst du die ersten Ersatzspiele raussuchen Mare es gibt Stress Ja man Ja Kein Ding ich bin gleich da Hehehe Alter ich hab so heftig gelegst man ich schwör Hey man die jetzt will ich noch 10 lebe die blöde Drecksau man Dass die jetzt sogar abhauen muss Ich wieder an der Oberbörner wirklich Ich geb die Hand dann ohne Mann ich hab sie gehaftet Ich hab sie gehaftet Mit der scheiß Ding Ey das ist jetzt auch schon scheiß egal Ich hab sie gehaftet mit der hässlichen Wasserfull Sentex Jaja Ah ich hol mir da Nimm Pampo Ich hab mir lieber die Kisten hier Was das Blaues gibt Was? Achso ja ich hab noch Minis Ich hab noch 4 Minis Jungs Das passt Fuck man Nein Ich bin zu den Eremates geflogen Fuck ich bin zu den Eremates geflogen Ich bin jetzt so bei mir Ich hab gedroppt Markus hab gedroppt hast Hier liegt da Dicht alter holst du Ich lauf doch nur zurück man Ich komm ich komm Jungs kommt 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 Macht halt echt das Ja Jaja ich lauf doch mit Du musst hoch durchs Jumped Durchs Jumped Das war 2 Meter neben dir Hinter mir Neben dir 2 Meter alter Oh man hätte ich jetzt einen Sniper Oh Shit 111er Headshot Oh Oh Shit Die eine Bitch fliegt runter Nice Ja das ist auf dem Berg oben Das Jumped Jajaja wir sind da grad Wo sind die Gegner mittendrin Ja du stehst eigentlich grad direkt vor ihm Das ist Markus Oh ich hab ihm so einen Jump geholt Ich hab's grad ich hab's grad so geil gesehen Oh mein Gott was sick Junge ihr müsst euch so vorstellen Die Tuss steht oben auf dem Berg Und spielt Basketball ja Ich hafte mit der Haft nicht Und sie überlädt's natürlich wieder ist ja klar Jaja Und dann rennt sie weg Ah ne als ich die Liebe die noch kommt Das will ich gar nicht mehr So eine Sau Hey wo ist der Luthen geflogt? Ah da runter Runter Ich hab 8 Minis Ich renn mal Rossi gib mal jetzt Wart mal ich hab Minis Ich hab Minis Ich hab Minis Hui du hast aber schlechte Ohren man Okay Ich steck Medik jetzt okay Ja die hab ich Boah die Deagle Hits man War natürlich wieder köstlich Ich weiß Hier ist Ungelootet Hier liegt noch ein Biggie für Markus Wenn er rennen will Biggie 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 Ich hab's nicht geschlagen damit ich eure Rochen töte Weil ich genießt hab und da hab ich mir voll in die Fresse geschlagen Hoffentlich du zu Oh meine Nase juckt Pep Wo liegt der Minis In der Scheune oben Also in der Scheune Marius in dem kleinen Häusler liegt noch Medikid Ich gehörte Marius Mit das Vierte Mit das Vierte Mit das Vierte Ah ich hätte auch noch eins mitnehmen können Oh oh Sehr geil Sehr geil Will jemand Halbautomatische Halbautomatische Pump Das Vierte Ja man, 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 also schon Farbiger Man Ja Bisschen Farbige sich schon Die liegt hier hier oben ohne blaue ehrenmann ihren mann alter mann aussie ja man fragt jetzt wollte ich den verfickten stuhl abbauen ich habe 60 ton bruder bruder kommen er hat jemand hat jemand rakete muni weil ich habe die krasse bietbott und jetzt machen wir hier cooler ausflug und sagen wir mal hier so ich denke ich denke ich wäre jetzt eingehütet hätte ich schwöre es wäre so krank gewesen da oben auf den auf dem berg mach bitte ein das war das erste deutsche blieb das gehört hat man damals mit dem flug auf dem wasser schulakert ich weiß ja ich war es doch nicht egal wo es hin herrscher da mittendrin sind die gegner oder einen der eine steht absolut oben gut in der mitte in der mitte nein hat er nicht doch mich auch und ich bin voll im sprint gewiss kranker typ was er für ein sniper jetzt leckt es gerade ich habe 200er ping mann die ganze zeit leckt es ja ich auch ich habe Angst dass ich gleich einen headshot kassier ah der rennt da unten beim loot rum oh der hat mich fast schwer am fliegen erwischt wo ist der aber ich war dabei wir müssen halt alle hingehen hier ja kommt ja ich bin da ja ich geh auch hab's dann nicht gecheckt dass dir schon geht einer pusht dich marco maris er ist dort unten er ist auch totes one shot nein man ich komme zu dir zackt aus ah nice nein ich bin drücker weg ich kann nichts machen man eine runde carbide weak ok das sind zwei teams zwei teams 60 und 30 hab die hab die was easy bei mir einer von hinten hat noch von hinten shots kassiert die jungs bei mir er schweiß er schweiß ich habe mir jetzt nochmal weiß bei mir oben er ist 70 live oder 80 oh man ich mach den grad bisschen stress der ich am bau Achtung Zone kommt Zone kommt Zone kommt oh ja oh f*** mein Leben oh vor mir sind vier Mannsquad oh fuck oh shit oh shit das war's komplett ne ich lauf durch Zone jungs lauf durch Zone lauf ganz weit rechts ja 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 die waren so high ground über uns ich hab drei ich hab sechs medikits das juckt überhaupt nicht ja ich bin tot mager mager das sind wieder ganz tolle junge die pushen komplett rein ja die schießen auf mich ich kann nichts machen oh Junge wie weit rechts lauf ich denn ich lauf ja wieder zurück man ich bin ja richtig dumm naja oh ich hab aber fast kein Leben mehr ich kann nichts machen ja ok Marius du isch mein Gott du blöder Wichser geh doch in die Zone du verfickster Hurensohn Mann alles jetzt stirbt auch er stirbt auch er stirbt auch er ist auch gestorben du packst oder packst du's ja aber das ist der größte Vollidiot oh die handen mich so hart alter wie close das war schwer ich will ich will ich will jetzt auch oder hast du noch ein paar Mädels also ich zieh durch als beim Zuschauen habe ich wieder einen 40er ping das fackt doch so hart man also ich hab jetzt grad aus 46 ich bin in der Fabrik man ich schau mal ob es irgendwas zum healen gibt ich hab Ding ich hab noch 5 Mädels dort also wirklich 5 ja aber da muss ich dich unterstützen weiss weil die sind da ah du läufst straight durch die Zone her das ist sick ok wenn die mich jetzt in der Zone sehen da hab ich kein Bock mehr ja da wird ich suche uns da wird ich suche uns da wird ich suche uns ja ja aber ich sehe hier grad nie ah doch da sind die die laufen wieder hoch auf den Berg der blöde Flachwichster man ey der blöde Flachwichster man oh bau 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 ah ich kann nicht ich kann Turbobauer ich kann Turbobauer guckt mir nicht ihr blöde Flachwichster hey sie pushen sie pushen in die Lootleg rein Zone kommt schon Alter wie dumm können Menschen sein schon wie dumm die sind er ist tot oh leck der was ist nochmal einer er ist nichts absoluter Vollidiot ja ich stirb jetzt an der Zone wenn ich nicht zu sch- ah ich bin zu schnell wie sie nein boah wer macht das aus alter ich hör der G'scheine man das nervt so das sag ich dir aber jedes Mal ja Aussi dann halt sorry Bruder ok ich hab irgendeinen der Stickerfight ich versteck wieder Tank oder so aber schon mal wie dumm die gerade wieder war David den in den Lootleg rein gepusht und die Zone nicht haben da ist so ein fetter Fight über zwei Berge ja die Spasse sind da vor mir jetzt ab einem 60er zwei 60er Hit der eine ist so one shot hey du musst dich um die Runde kümmern die Runde die Runde transliere uns eher ja die hab ich ja achso ja nice er hat mich gesniped oh man einer von den hat 2 60er Hits bekommen oh stressig alles gebaut oh das war so gut ja jetzt kommt Granaten einfach zu uns runter weiß sorry alter ja das ist ein anderes Team aber ist hinter uns die Junge ist so krank die Junge ist so krank oh mies oh nein schade der war doof der war alter was die machen die lasse aufgeschworen naa alles diesen ich schwör was passiert was passiert Tschüss! Er schiebiert Shotgun-Full! Junge! Er ist schon unter dir! Finish ihn! Finish ihn! Nein! Das war aber krank! Nein! Links! Finish den einfach! Nein! Ich hätte ihn gerade hinterher kennen! Ach komm! Das war ja so krank, alter! Die war aber echt nicht gut, aber trotzdem Ich hab den einen Kill sogar noch bekommen Ach da, das war so schwierig, ne? Ohne Witz! Ja, das war einfach geisteskrank! Fuck, Digga! Schau mal Selins History an! Steffi Buchholz trinkt alle Blut Trotz ihres Abnehmprogramm Ah, warte mal! Das ist da, da probieren die Kilos aber nicht mehr, Mann! Nein! Die nimmt jetzt erst mal wieder 20! Weiß ausi, du ziehst halt wieder ins Lächerliche! Bruh! Da hab ich! Da tanzt erst mal! Ja, ich kann gar nicht mehr tanzen! Doch! Ich hab ja 3! Ah! Er war ja ewig lang immer online! Ja, ja, ja! Ich hab da immer drauf gedrückt und mir gedacht, warum kann ich nur tanzen, Bruder! Wisst ihr was? Jungs! Nein! Ah! Ich fahr jetzt überhaupt nicht! Ich bin so kacke! Ich find's brutal! Ah, warte ich! Hey Marius! Wenn nachher ein 2000er skin kommt, müssen wir Sturmschiff-Verteidigung machen! Okay, also Klasler! Hast gehört, Jörg Steinle! Ah, und ich krieg, ich krieg auch noch Dings! Wenn ich die Mission habe, krieg ich auch nochmal 100 V-Bucks! Ich weiß nicht, ob ich die Taxifahrerin zurückgehen soll! Für 800, ich weiß nicht! Kann man jetzt so das Skins zurückgeben? Ja! Geil! Ich glaub, ich geb die Fußballerin zurück, Mann! Wie viel Geld zurückgeben, oder? Macht mir dann Lust, oder dann kommt das gleiche raus? Das selberes! Aber du kannst ja nicht trauen, oder? Ja! Ah, weil der Magnus tauscht hier auch mal ein, wenn es so fetter Skin gibt, aber eigentlich... Also wenn der Kommandos-Skin kommt... Ich bin dazu in Taxifahrern sofort eingetauscht! Durch meine Kommando! Welcher ist der Kommando? Komplett schwarz! Sieht aus wie No-Skin, aber komplett schwarz! Also... Es sieht eigentlich richtig krank aus! Mit einem geilen Rücken-Schild! Schwarzer Ritter, oder so! Richtig geil! Das matcht dann auch von den Farben! Das nimmt sich zwar nicht viel, aber... Es nimmt sich nicht viel, aber... Es nimmt sich nicht viel, aber... Äh, ich bin eigentlich nüchtern! So! Genau! Jetzt würde ich gerne das Spiel einfach verlassen, aber dann bricht der Stream ab! Ja, aber... Das hier ist schon mal ein Ding! Ja, genau! Ja, ich geh jetzt direkt hin! Ich geh da hin! Körperwellen! Mit euch, Chaote! Ich geh da hin! Juni, da steht noch ein nix mehr! Nee, ich pack das, geh weiter hier! Nee, ich pack das, geh weiter hier! Nein, und... Ich geh hier hin! Ossi, wenn du in mein Haus gehst! Ich geh jetzt erst hin! Ich geh, ich geh nur Burger! Jetzt kommt da wieder ein No-Skin, Mann. Wie ganzes No-Skin-Team hier? Gegen No-Skins habe ich nichts. Wo bist du, du kleiner Pena, Alter? Warte, aber ich komme mit Nate. Ich habe einen Cheeky-Jagga, Joko Jackson. Alles klar. Ja, irgendwo ist hier einer, aber keine Dame, wo er ist. Alter, bau keine Wache. Ich komme dann auch mal. Ich glaube, die haben alle keine Hände, das ist ein richtiges No-Skin. Ja, Magnus, einer kommt aus Westen, zwei hier. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Sorry. Hash der andere auch. Ja, bruh. Aber vorne ist noch Jasmin klein. Ja, die meine ich. Ja, das ist gut. Ich habe zwei Cheeky-Jagga-Joko-Jags. Was mich klein, falls du das hörst, tut mir leid. Und hier sind auch zwei Dings, zwei blaue Burst. Toll, der oberste Gegner. Denk ich, der Skin riecht auch nach Schwein. Habt ihr die denn geworfen? Jungs, ich hab mal eine Dingschwein. Jungs, denke ich... Ich hab eine Überrechtsverletzung. Denkt ihr, der Skin hier riecht auch nach Schwein, oder? Nein. Aber das war's wieder komplett. Ich hab's nicht gecheckt. Ja. War's für euch. Das war schon so heavy. Jetzt überleg mal. Sag mal den Namen und dann vielleicht stinkt nach und dann... Ja. Hä? Ich dachte, es ist ein Gegner. Äh. Mhm. Ja, okay. Dressen sich zwei Jäger. Beide tot. Weißt du, das Traurige ist halt, ich muss mir echt nachverknallt. Was? Hier, Markus. Bro, pico ho. So, trinken wir ihn zusammen auf Ex hier im Busch. Zusammen. Alter. 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 Ich hab grad einen Schwanz im Mund. Oh, sieh. Ja, Alter. Alter. Jetzt durch Lücke, Mann. Ich hab ein bisschen aufgezogen vom Allerfeindlich. Fuck, bin ich voll. Schade, Alter. Spallert richtig. Game on the wrist. Oha, ja. Ab in der Ritz. Ja, wohin geht's? Tilted. Tilted. Oh, drei Ritze, Jungs. Ja, mein Latissimus ist halt wieder sehr ausgeprägt, Jungs. Ich hab ihn trainiert. Das find ich toll. Jungs, wann fliegen wir hier? Es sind drei Ritze. Er fliegt nach Tilteds. Wer teilt sich mit mir eine Ritze? Ich nehm privat, Alter. Ich nehm alle Ritze. 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 Ich nehm Ossis sein Ritz. Boah, ganz ehrlich. Was ist komplett? Das Schlafverfahren wird eingeleitet. Alter. Ich nehm alle Ritze. Ich nehm alle Ritze. Wer ist die? Hier ist nix gelootet. Nix. Ja, ich geh in den Weg dann. Ich hab echt nix gelootet. Ich hab echt nix gelootet. Ich hab echt nix gelootet. Die Paletti sind weg, Mann. In dem schönen Haus. Belassen. Hinterz, hinter. Die hau grad ab. Hinten, guter Tor. Ja, es gibt Stile hinten. Die Richtung, wo ich guck. Müsst ihr einmal gucken. Immer in die Richtung, wo ich guck. Guck, da mein ich's dann. Ah. Das ist doch nix welches Männle du bist. Lila. Also hinter mir. Lass klar. Boah, die snipe auch nicht. Berg. Was ist der Assis? Boah, ja mann. Der eine ist runter geflogen. Ah, du nix. Boah, er wirft mich voll mit dem Zyklon B ab, Mann. Zyklon B? Das ist nix geloot. Das ist jetzt auch nix geloot. Das Ding ist Zyklon B, Alter. Oh. Oh. Oh, der ist noch nötig jetzt. Er schließt sich doch einfach mal runter. Oh, nice. Der war nice. Der war nice. Der war nice. Fortnite Deutschland. Fortnite Deutschland. Die war so schön, die nicht. Die war wirklich schön. Ich schwör's euch, die war schön. Ja, ja. Hab's gesehen. Der hat gar kein Bock mehr. Der hat jetzt aufgekippet lebt. Der bringt sie hier zu. Boah, ich hab Thrombose-Stamm für die Arme. Thrombose-Stamm. Die war für euch, äh, Raketen-Monino. Oh, wenn mir jetzt meine Mutter schreibt, ey, da. Hä, wo liegt das ganze Zeug? Wo liegt, äh, wo liegt das Holz und so, wo denn? Kann sein, dass ich das schon geholt hab. Eventuell. Ne, ist wirklich cool, sonst suche ich es noch. Ja. Ja, hab ich. Okay. Gut. Nur, dass es jemand hat. Ja, wenn du brauchst, dann kann ich dir ergeben. Ich renne halt immer hin. Ich wär da magisch angezogen, weißt du. Na, Junge, das ist ja nichts Verkehrs, wenn der Loot liegt. Also, ähm, komm zu mir, dort beim Hafen-Scheiß-Dings. Nice. Und da ist auch noch ein Medi-Cat. Ich hab auch noch ein Big Marius. Komm. Alter. R-Mannaktion hier. Ähm. David? Ja. Oder ja, ne, dann geb ich Ossi an, dann hab ich noch zwei gestackt. Ja. Boah, hier sind noch Minis. Ossi, hier. Ja, warte kurz, ich bin bisschen übern Berg. Ja, natürlich. Ah, du bist der Rote. Ah, du bist der Rote. Oh, bruh. Ja, hier. Kann ich hier abholen. Ja, ja. Richtig ist. Also, jetzt trinkt er auch ein Glas Wein schon, Alter. Ist ein Hammer. Ist echt geil. Hi. Der Jörg. Der Jörg, der Jörg, der trinkt kein Glas Wein. Du bist jung. Okay. Da vorne ist Action, Action, Mann. Die sagen rein in die Olga. Hier, hier, ich ran. Wo ist die Richtung? Wo ist vorne deine? Ich bin der gelbe Pfeil. Wie immer. Die ist auf dem Steg. Auf dem Steg war einer, Jungs. Und ich hab Dings. Ich hab dann Jump Head. Also, alles easy. Der auf dem Steg ist gleich down. Ossi, was ist los? Ossi, was ist los? Ich hab Bock auf Schläge. Ich hielt halt absolut nix, Digga. Aber sie pushen jetzt um eine Richtung, damit du kannst. Ne, ne, der sucht aber nur mich. Oh, oh. Der eine ist nicht zurück. Keine Ahnung, mich hat er aufgenommen. Ah, jetzt hat er, ich glaub, wir sehen können. Oh, ja, cool. So belastend, Haas. Alter, wer... Baugott, Magnus. und david ich kann mal ich habe wieder falle gekippt nein nein ich mache mal das ding kaputt Achtung, da sterbe drunter. Ich lass lieber. Ja, die sind falsch. Ah, nice. Oh, die Sniper würde ich nehmen. Kann jemand Minis nehmen? Ja, ich hab noch eins. Ja, ne, ich hab jetzt nicht. Sie sind noch sogar mehr. Da krieg ich die anderen Minis. Ja, Markus, komm her, ich hab auch er. Jawohl, ne, geh lieber zu David, der hat wahrscheinlich mehr. Ich hab 800. David, wo ist? Ja, ich hab 250. Lass erst Zone, David. Ja, ich hab Jumphead. Chill, chill, chill. Ja, komm hoch. Hier, 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 komm zu mir. Wo? Ah, ja. Wo bist du? Warum seid ihr unten? Ja, ich hab da drüben schon hochgebrochen. Ja, ich hab's grad gedacht, ich bin nämlich auch zu Markus dann. Airshots, drop gleich, wenn du landst. Falls da Gegner sind oder so. Oh mein Gott, du. Stark ist gestorben. Alter, ich hab immer noch ne grüne AR, was soll das machen? Da liegt Markus, Markus, da liegt, Markus, da liegt. Hat jemand von euch Granat-Muni? Also Raketen? Nope. Zwei Stück. Ja, dann vorne. Jetzt könnt ihr mal nen Chat schreiben, ob ihr denkt, ob ihr die Runde gewinnen oder nicht. Die Gewinner, ähm, gewinnt ne, entweder nen feuchten Händedruck oder... Ne 1000 Euro P4. Schwitzige Umarmung. Ne, ne 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 freundliche Umarmung, man. Auf, auf Freundschaftsbasis. Aber nur auf Freundschaftsbasis, kein Grabschen. Ja. Mies. Kein Grabschen. Alter Wurmer. Hä? Adi, ist da im Keller drin, Mann. Oh. Ja, Mann, so überschickt. LUL! Du hast grad einen Sniper-Shot. Nein, das... Alter, wenn wir mit dem Pool da rumfahren können, wär ja heftig. Nein, das... Ja, Mann. Oder LKW. Datsache... Ich hab wieder ein großer Schildi für dich. Oh. Ja, ja. Geh mal nach Lazy-Town. Oh, wie ein Openfield-Ring, Alter. Das hab ich immer so Schiss. Deswegen hab ich ja so Headshot-Safe-Ski gemacht, weißt? Hoch und runter, hoch und runter. Freddy Faulich richtet Schaden an, doch Spartacus ist unser Held. Guck, das ist jetzt auch grad, weil ihr langweilig ist. Das will ich mir jetzt auch mal wieder anschaue. Oh, Rest Nights. Oh, hier gibt's goldener Automat. Spartacus. Lazy-Town. Ah, gibt's auch noch Schleiß. Rossi, Hasch-Holz. Ja. Weil ich geb dir keins. Ja, 300 Holz. 300 Holz. Weißt? Weißt? Ich hab 600 und baue hier immer noch fleißig ab. Ja, wenn ihr alles abbaut, kann ich ja kein Holz abbauen hier. Ist die mir schuld. Ist die mir schuld. Heizen wir jetzt zu den Gegners, oder? Ja, jetzt hab ich 500 Holz. Mach mal Drive-By, Digga. Machst du Drive-By auf die Sport-Coupé. Da vorne ist der Tower, gell? Da vorne ist der Tower. Ja, wir können hochfahren. Die könnt ihr am Arsch schießen. Da ist aber keine drin. Schießt am Arsch, der steht nur auf einem Teil. Doch, da ist jemand drin. Doch, da ist noch jemand drin. Jawoll. Komm, ne Mann. Drive-By aus dem Sport-Coupé. Oh! Ja! Nein! Nein, glatt nach! Warum bin ich One-Shot? Ich hab ein Sniper-Headshot bekommen, Alter. Hat irgendjemand was zu healen, ich hab sechs Leben. Ich hab nur Minis. Ich hab nur ein großer Schilde. Hier Minis zwei. Warte kurz, die schießt grad so hart drauf. Hä? Wieso hab ich auf einmal kein Leben mehr? Ja. Ich mach voll ernst, die letzte Gegner. Wo schieß du denn die? Wo dann hast du doch? Oh! Ich bin hier, hier. Markus, Markus, Markus. Einer, mich hat's grad eiskalt in den Berg runtergefickt. Bin der da? Die mache voll ernst. Der eine pusht auch schon ein bisschen. Ich hab nur ne scheiß Jagdgewehr, Digga. Ich kann nicht peek, Mann. Der eine war grad so Open-Seal da, ich hab nicht geht es. Da kriegt sich ja auch noch einer. Ja. Der eine pusht. Oh, es sind kein Sniper-Shot mehr. Also, wenn er ein Sniper-Shot pusht, dann kann er's gern machen. Wenn das optimistisch ist. Da hast du keine Verbände oder so. Sniden halt auch. Das ist müse. Links ist runter. Ab dem einen rechts, links. Oh! Ich hab ihm Noscope gegeben! Ich hab ihm Noscope gegeben! Ne. Doch! Ich hab erst einen Short und danach hab ich Dings. Und danach hab ich ihm Noscope gegeben. Ich krieg gleich ein Noscope, Digga. Junge. Hat keiner ein Lagerfeuer, dass du fit da bist? Ne, Mann. Belastender Hase. Ich schwör' ich gleich. Oder, äh... Äh, was heißt sehr viel? Ich hab 500. Ja, ich hab ihn noch unter 50. Ich hab da vorher reingebaut, als die gekommen sind. Hä, Alter! Warum hab ich aber so viel Leben abgezogen bekommen? Er hat jemand Sniper-Shots für mich. Hast du hier viele Kanade? Ne, Kanade, gar keine. Ne, gar nix. Ja. Cool. Oh, lol, Fatschow. Ey, der Fallschaden ist halt... ...really schwer. Einmal. Ich bin am Arsch. Ja, lass mal warten. Nicht zu viel Peek, sonst gibt's Head-Shots und ist schon cool. Bin ich chillig eigentlich? Ja, okay. Ey, komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, zieht du den zu dem einen mit Downloader. Wie sieht das aus? Der eine ist rechts rausgepuscht. Der eine ist rechts rausgepuscht. Step out. Ich hab so oft den Kopf, man. Wenn der... Oh, ist so ein Uwe. Peek doch jetzt! Ich peek so lang, man. Oh, 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 oh. Hui. Oh, 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 oh. Ich hasse Granate, der war so heftig. Ich hasse Granate, der war so heftig. Ich hab auch einen. Wenn nicht geht die Kugel auf den Berg, dann können sie sich auch nicht treffen. Einer ist jetzt links. Einer ist jetzt links. Hat gepusht. Nein, Digga. Na, der fang nicht drauf. Ich hab gleich den einen, der da die ganze Zeit halber Cache gemacht hat. Ich bin jetzt grad absolut auf Hardscope auf ihn. Aber er will nimmer. Er will nimmer so einen Hund. Komm, komm. Zwischen vor, oder? Hab ihn gehitert mit Granatenwerfer. Nice, nice. Jetzt muss ich hier reinkommen. Warte, scheiße. Oh, fuck. Wo meinst du? Chill noch, Marius. Jetzt, 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 jetzt. Was? Das ist das beste Spiel der Welt. Das ist das beste Spiel der Welt. Nein. Der da steht im Mantel, David. Dem tun wir 100.000 HP. Ja, das sind so Kranke. Das sind solche Scheiß-Junge. Ich konnte ihn aber auch wirklich einfach nicht treffen. Was? 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 Wie schnell ich 200 Lebe weg hat, war einfach nur frech. Sorry, aber nicht die MP, die ich so overpowered war. Das ist einfach nur krank. Schnell als ich googeln kann, war ich einfach weg. Ey, Mr. Links vom Laube, komm. Lauft auch der Links rum. Der eine macht ernst. Was? Was? Blue Life. Oh, Junge. Der ist nicht getroffen. Hakan, verstehe. Er macht es so ernst. Er macht es so ernst. Er macht es so ernst. Ja, sei. Die sind nicht hitbar, glaube ich. Ich gehe jetzt halt voll in den Reihen. Ja, komm, wir gehen links. Markus. Pushet alleine. Pushet alleine. Ja, ich will gar nicht pushen mit. Hä, sind das 5 jetzt auf einmal nicht? Ich verstehe das gar nicht. Ne, ne. Neben noch 7. Junge, ich kann hier so schlecht bauen. Nein, ich habe keine Ressource mehr. Junge. Ich habe dir mal einen Headshot gegeben. Oh, der war richtig. Oh, der war richtig. Ich habe kein Leben, Junge. Ich habe den nur ohne Vorteil und gammeln. Richtig. Ist der Laufest. Ist der Laufest. Ist der Laufest. Nein. 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 Ich bin auch so ruhig. Und ich habe nichts mehr zu bauen. Das ist das Schlimmste. Komm, I peek. Ich peek. Ähm, ich weiß nicht wann das ist so, aber... Es läuft wahrscheinlich vorhanden aus. Das ist ein hartes Sandwich. Ich weiß nicht, wäre schon korrekt. Also, danke. Einfach so sagen, was es war. Er hat 13 kills. Ich denke schon das Beste. Ja, unge. Und er hat den Lula. Und er hat den Lula. Ich weiß nicht wie man dem Spiel nur 13 Kills macht. So viele Gegner sich im Leben ist. Also dann, Gunnar. Gute Session noch. Ciao. Ciao. Die Steine kann schlicht scheune. Die Steine kann schlicht. Die Steine kann schlicht. Die Steine kann schlicht. chrisch. Wann mal was kann ich denke ich für Skins zurückgeben. Einen Fußballer zog' ich eh nicht. Pe000aboy. Ein Pula, Turmspezialist, als adjourder. Environment C5 FA-A- Think F-A模-A- Stem ach komm ich gebe kein zurück war das der kommandoskin den können wir uns ein müssen uns alle holen dass alle den kommandoskin holen oder so der ist so geil echt den holen wir uns schwarze ridderschild ist so geiles der wo der payne mal spielt und wenn nick merks spielt den auch mal wie heißt der kommando durchaus season 1 der skin ganz unheimbar aber richtig tryhardiger der 800 gestern jetzt schwarzen markus kurz brauchte würde ich mich kurz auf stelle örtchen begeben also gut macht das ich gebe speed mann war drücken wir bereit und der markus drückt eine zwei minuten machen nicht in zwei minuten kann doch auch einfach damit wenn er kommt jetzt überlegt schon mal dann haben wir trotzdem zeit gespart wenn du dann drückst in zwei minuten dann kommen perfekt zum runde start ist der david da versteht ich es meinen bei dir kommt es auf jede sekunde drauf an oder ich muss ep holen müssen leveln 35 ich habe nicht mal arg gesuchtet mann ohne witz also wirklich nicht mit der erste tag suchtet dann nicht mehr jungs 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 bitte macht mir alle den skin nie wenn der david kommt bitte ohne spaß macht vorgott wir ändern da wieder den hast du ne hab ich nicht als ob du kein level 70 schafft der zum letzten battle pass hä hä dicke ich hab das spiel in halb gespielt ohne witz ich hab drei monate zwei monate sicher nicht mehr gespielt naja genau dann irgendwie direkt nach dem abi habe ich aufgehört ich bin season pass level 30 oder so gewesen direkt nach dem abi voran wird noch schön zuckt da könnte man sich mal noch schnell den john wick erfolgen aber jungs ich hab mir schon was zu trinken ja marius mit der v-magn-aktion sagt ihm gleich alle dass er 20 jahre alt ist wenn er kommt okay sagt sie einfach nach marius holt sich gerade was zu trinken ja ich habe es auf dem stream geschafft sagt ihm alle 20 wenn er kommt macht es einfach weil er das mit dem skin machen wollt macht ihr wollt euch auch irgendwie gegenseitig abfragen naja macht so wie ist mit fast 20 das ist eigentlich sowas das ist der süßte nosekin Hallo mein dicker Girl! Marius, man wirst doch nicht mehr abgehen. Du Wichser! Was? David, ist das wieder was zu dir da? Irgendwie. Ich stelle das gerade wieder geplant. Blöd, wenn er den skinnet hat, gell? Hä, was soll skinnen? Was für ein Skin? Jetzt halt vorm Abi aufgehört mit zocken am besten, oder? Also den Skin hätte ich mir schon noch erspielt. Also wirklich, das ist das Wichtigste eigentlich. Einfach nur ne Davids-Nerve. Judith, die hat dich geklaut. Ich wollte es nur nochmal sagen, wir klauen deutlich. Zeig sie an, mach sie sowieso gern. Du Nuss. Hiermit distanzier ich mich David lang von allen Äußerungen hierbei. Ich habe damit nichts zu tun. Ich tue nicht die Meinung hier vertreten. Das möchte ich nur mal klar und deutlich darlegen. Ich meine, Judith ist, ähm, ist so geworden. Und nicht von mir. Danke. Danke. Du bist nur drehen. Danke. Danke. Du hast gedacht, nehm ich mir die Nudes bestimmt. Darf ich? Ja, mach. Ich würde sagen, der David lässt sich keine Nudes schicken, der macht sie einfach selber. Okay. War schon lustig. Marvin, du musst es ja wissen. Wege? Jetzt denk mal nach. Ihr Schlinge. Ich hab das Bild nie gesehen, hab ich aber die Polizei so... Äh, was? Ne, komm. Ich weiß nichts davon. So, was redet ihr eigentlich? Ja. Doch. Aber man darf nicht über Rauschmittel reden. Weil, wenn man über Rauschmittel redet, hab ich noch mal im Camp gemacht, dann ist das Stream, wurde abgebrochen. Kinder, Drogen sind gut. Nein. Nehmt alle Drogen. Bewusstseinserweiternd. X-Greedy distanziert sich auch hier. Von jeglichen Äußerungen. Echt? Schreib noch, weil hier in der Chat ist noch jemand da. Weiß nicht. Vorne ist es richtig. Aber warte. Das ist mal ein Herd, hä? Deine Schicht im Schacht. Alter. Wenn die das gehört nicht. Schicht. Ui, die wär ausgerastet, Mann. Alter, Fädler, bau so schnell Holz, gell? Ist aber nicht geil. Ja, aber keine Waffe, Alter. Doch. Hat jemand AR für mich? Na blau. Scheide Ding. Ich lauf dich nochmal zurück nach Lucky, Mann. Mir reicht das dann. Was ist denn das? Oder, David, mir lauf jetzt noch zurück nach Maroko. Was mein ich? Oh, reicht nicht. Entschuldigung, reicht das. Ist hier noch 5 Minuten? Ach, aber in Maroko gibt's Autos. Sportacus ist unser Held. D-d-d-de. Fritt, baulicht, richtig. Killer, danke. Ey, Junge. Machst doch einmal die V-Materation hier. Kriegst den gleich. Oh, merci. Killer, ich nehm einen. Nice, Bruder. Nice. Alles klar. Ja, Sommer. Dann nach hinten noch. Ey, Jungs. Geben eigentlich am Wochenende saufen? Ja. Ich hab voll Bock mir mal wieder. Voll die Kenner weg. Alkohol ist auch Droge. David, du äußerst dich geradezu. Nimm den einen bitte wieder. Ich überwacht straight to Alkohol. Ah nee, ich kann nicht. Ich bin mit der Musik weg, mann. Mit der Musik. Mit der Beatsbum. Markus, ich bestraue an der Musik, oder? Ich hab's immer noch nicht getränkt. Das weiß keiner. Das darfst du nicht im Stream sagen. Warst du da jetzt wirklich, oder hast du das nur so gesagt? Also, hab ich dir dankhaft geglaubt. Ich bin der Musik und chill da manchmal einfach, dass ich da chillen kann. Junge, Alter, du bist schon ein bisschen blöd. Ich hab's dir schon zu getan. Also, jetzt no front. Oh, in Jemen war welche. Echt? Ja. Woher war ich? Wunsch ich immer noch mal? Ja, es gibt ja Leute, die sind in einem Fußballverein. Ich spiele keinen Fußball, einfach damit sie mit denen saufen können. Ich bin auch im Turnverein und turnen eigentlich. Gell, Marius? Spaß. Wir müssen lauter da. Wie der OZ-Fahrer. Ohne Grund, einfach mich beleidigt. Warte, David. Bleiben wir stehen. Bleiben wir stehen, bitte. Weiß, eigentlich kann ich gar nicht turnen. Ich hab euch alle nur geschaut. Ich hab euch alle nur geschaut. Oh, wenn du jetzt was dummes machst. Ja, was? Ja. Ich hab was für dich geschenkt, ja. Ja. Freund zu Freund hier. Hasch, du hast extra die Musik angemacht. Jetzt mach ich grad mit seiner Ska weg, oder? Mach doch bitte die Musik wieder an. Mach doch bitte die Musik wieder an. Und komm nochmal zurück. Ja, man ist doch voll entspannt. Ja, war Jungs. Das hab ich noch gemacht für den Effekt. Weißt du doch, für das Freundschaftliche. Ja, und jetzt wird Hasch mein Herz verpasst. Ich will's dir nochmal zeigen. Ich hab's gesehen. Ich hab's auch noch gesehen. Keiner akzeptiert meine Liebe. Jetzt freu mich. Wunderschön, sicher. Wenn jemand eine farbige AR sieht, wenn jemand irgendeine farbige Waffe sieht, bitte melde bei mir, weil ich hab noch keine farbige Waffe. Hier. Wo, 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 wo. Äh, die kriegst du hier wohl. Boah, wer hat die blaue? Scheiße, ich hab noch nie so lange gewartet, bis jemand Mini-Sheal ist gedroppt hat, ohne Witz. Hat's gebracht. Wenn der Stream, äh, 10 Likes bekommt, dann mach ich den im Dock. Warte. Hä, den hast du auch ohne 10 Likes schon gemacht. Da sind deine Double Pistols, Markus. Wenn die Gegner jetzt mit dem Auto weggefahren sind, dann raste ich alles. Ja, freilich. Da gehört mir, David. Gell, kackt ist eigentlich eine Steinart. Äh, da ist es noch welche. Direkt vor uns auf, oh. Oh, hier ist noch Loot. Hier ist ein Scheiß Gegner. Direkt auf O vor uns. Also vor mir und David. Oh Mann, der macht so ernst, Alter. Mann, das ist so mein Kill, den hab ich so angehitzt. Er ist so One-Shot. Du. 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 Ja. Du. 20er Hit! 20er Shotgun! Was? 20er Shotgun-Hit, den hab ich erinnert gern. Der Drecksau. Hat jemand eurer Munition? Ja. Nimmst du die Handkanone? Ja. Aber kann jemand noch Medikit stacken? Ja, 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 eins kann ich noch nehmen. Gehen wir nach Paradise. Ja, gehen wir durch die Splitzer. Keine Fallschade, gell? Ah, fuck, haben wir den Wobbeln. Ne, ich hab... Fuck, man, ich bin viel zu dem Wobbeln. Alles Nächstes, kann ich nur direkt rein? Ja, du kannst auch, wenn's nicht in der Luft sind, kannst du direkt reinfliegen. Ja, durch Vollgelbe am Starter, kommst voll schnell runter. Haben wir damit eigentlich auch eine Pro-Clane zu? Ja. Erstmal noch zwei Kiste hier, absneaken. Boah, hier ist noch ein großer Schildi, Marius, komm mal zu mir hoch. Hier ist echt unglutet. Das ist absolut geil. Warte, warte, ich bringe ihn mal. Ey, passt. Sag ihm mal, ich find hier eh noch... Ich hole nicht mal, ich find hier safe grad noch immer einen. Hier ist schon komplett unglutet. Hier ist schon gar nix. Es bockt sich hier so in der Map so rum zur Fliege, man. Ich find's arbeitsgeil. Ich find's hier echt gut gemacht. Epic Games, ist noch ein Swiss. Aber ich find's hier die ganzen Map verändern. So hat nur so ein kleiner Teil, weil ich find's... Ja, es nervt, die ganzen Map wird jetzt vollgestopft. Ja. Das haben 2Epic war dich so schön in nem Tweet verfasst, man. Das hat mir richtig Quale hier. Echt? Ja, ja. Ja, aber die haben auch... das stimmt ja auch. Das ist mal ehrlich. Ja, jeder Flag wird jetzt vollgeklatscht. Aber es ist auch eigentlich chillig, weil dann sind die Städte nicht so krank überrannt. Ja, aber trotzdem. Aber es ist trotzdem too much, ja. Junge, ich find da oft echt... also ohne jetzt... ... ganz viele Kills zu machen, das liegt meistens an dir. Das liegt meistens daran, dass du keine Gegner wünschst. Ja. Früher ging's... ... ging's in Fatal so ab, man. Du bist mit 10 Kills aufs Fatal raus. Früher... ... haben wir mit schweren gejagt. Wurde Oma noch eine Böhre war. Was? Früher wurde Oma noch eine Böhre war. Das kommt gleich. Junge, hier sind so viele Kisten. Hier ist auch noch ein Big up, ich kann ihn nicht mitnehmen. Ich hab schon 10 Minis, Mann. Ja, dann soll ihn jemand trinken. Hab schon. Wenn ihr mal taktische Schrotflinde findet, Mann. Ruf mich an. Ja, ich brauch auch eine, Mann. Ruf mich an. 080 5 4 6 6 6. Oh, hier ist noch mal... Sorry, ganz ehrlich. Ich muss euch noch mal kurz was äußern. Man muss sich nicht oft gucken, aber die Nummer kennt man grundsätzlich. Die ist einfach, da ist jemand im Kopf drin. Ja, ich hab das noch nie geguckt, Alter. Kein Witz. Ja, ich schau das jetzt auch dazu, aber zum Beispiel jetzt... Wenn du halt am Abend... Ich schau das jetzt auch nicht so. Ja, aber man muss es ja einmal gehört haben. Sonst kommt man ja nicht drauf. Ah, das gibt's doch als Song. Wenn ich vom Dock heimkomme, und mir irgendwas anschaue. Weißt du, auf Pro 7 oder so, dann kommt es halt einfach. Da kann ich auch nichts dafür. Ja, auf D-Max kommt, aber das nervt richtig. Wenn einmal ich meine Mama reinkomme, dann hab ich das angeguckt und dann... Jetzt auch. Hast du dir einen runtergeholt? Das Video hab ich von vorne auch gesehen. Das ist ein Witz, das höchstpersönlich der Lebenswech. Oh, sorry. Ich bekomm's direkt mit meinem Ping zu spüren, weil er direkt hoch auf 200. Ja, der Bruder Metz ist zur Leitung, oder? Äh, ist da oben eine lila Sniper, David? Ja, aber eine Dings, eine Schnellfeuer. Halbautomatisch. Gleich nochmal, okay? Nicht was Spiele, gell? Hier ist nochmal ein Pick. Ich hab schon zwei gestreckt. Oh, hier wäre die goldene Farmers hier übersehen. Lul. Lul. Ja, Prostmeiße. Eigentlich könnten wir uns hier erstens eine fette Festung bauen und einfach aufs Sieg spielen, so. Ich will jetzt mal richtig fairer Push bekommen, Alter. Das ist so schwierig. Alter, ich platzee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich scheine. Lass mal auf so einen Berg. Lass mal hier. Da reicht es sehr schrittlich hoch. Hier. Ich scheine mich halt irgendwie rampen, aber warte mal, warte mal. Von rechts auch. Hinter uns sind sie schon. Sind sie hinter uns? Wir können grad vergessen. Ja, du bist doch tot. Das ist echt so hängig. Das ist echt so hängig. Ich hab einen. Alter, was war das für eng? Alter, Marius. Sorry. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Ich hab einen mega Baufight, gell? Markus. Ja. Einer ist noch da. Der ist grad runtergelaufen. Ah, der läuft grad hoch. Nein. Oh, ich bin runter. Nein. Hier ist noch ein Sauerkrot. Hier ist die letzte, glaube ich. Nein. Ich sehe sie. Ich sehe sie hier unten. Bei mir. Bei mir. Er baut sich hoch. Er flüchtet. Ist er tot? Ich glaube, er ist auf Berg hoch, glaube ich. Er ist Richtung W runtergelaufen, Marius. Darunter ist er gelaufen. Und dann nach links. Ich bring kurz einen Southkrug. Und die goldene Sniper will ich. Danke. Ja, das war echt sicherlich. Ich bin jetzt auf dem Berg. Oh. Oh. Ich sehe hier keinen. Ja, die explodieren schön bei uns. Digga. Ist so ekelhaft. Ziemlich zurück. Sorry. Scheiß Ding. Hat jemand Jump-Head zufälligerweise? Weil das wäre Todesinspekt. Nein, Mann. Oh mein Gott. Der war so schön. Gell, Jörgstein? Der war schön. Oh. Oh, Alter. Der hat gleich Granaten. Der Raketen-Money. Und jetzt das Sniper-Hedge hat, ne? Ist das Team dran? Ist das Team dran? Ist das Team dran? Ist das Team dran? Sind noch Gegner da? Ah, da hat einer Geld. Dann kann ich das jetzt doch nicht sagen. Warum? Nee, ich sag's jetzt nicht. Das heißt so, dass ich bin pervers. Hast du ihn gefickt? Ähm, ja, die Natione, oder? Ja, dich hört man nicht. Hat keiner diese... Oh, ich sag nur Blei. Der war ein guter Spieler, Mann. Wie junges waren wir das so unvorderhaft, gell? Ich will ja schon noch ne lila repetieren, wenn ja einer will. Die wollte auch grad auf den Berg, ne? Ja. Ist okay vor mir. Vor mir sind. Komm lass sie auf den Berg. Markus, komm. Ja. Alter, ich hab jetzt so geilen Loot. Goldene Farmers. Blaue Taktische. Goldene Sniper. Zwei große Schilde. Die sind drei Medikits. Jungs, das muss Sieg werden. Ja. Ja, es sind noch zwei Teams. Zahlen jetzt halt nicht beide von uns. Dann wird es scharf. Ein Team ist bei der Brücke in der Einsatzfahrzeuge. Ja. Hinten von der Brücke. Aber wir in gute Position hier. Krass. Zahlen jetzt. David, ich hab noch zwei Rakete hinter mir gefahren. Ja, das schau ich nicht so weit. Ich baue sie runter, oder? Ah, ne. Chille Musch. Unde ist ne Unde. Auch wenn sie echt runter baut. Die sind ne Unde, die Schluchthopp ist. Eigentlich richtig dummer Zug, aber egal. Die kommen. Müsst ihr schauen, dass sie nicht irgendwie weh kommen. Hä, was sind die waren noch? Die sind in Portade gesprungen. Der schaut nach oben. Naja. Das reicht nicht, das reicht nicht, Tomo. Jetzt brauchen wir einfach Zonenlack. Ich kann nicht hinschauen. Ja, ja, ja. Jetzt muss der Sieg sein, Alter. Wenn auch's nicht kannst du machen. Ja. Ich wollte keine Sniper, man. Ich will nicht peaken. Hä, sind's nur noch die Gegner da? Nee. Nee, rechts sind noch irgendwo welche. Da hab ich. Hö, das war von uns. Schaut mal den Baufighter an, links. Lass uns screenshoten mal. Ja, das ging voll krank ab, Alter. Markus, das war mit dir, Alter. Ich hab mir gerne den Baufighter mit da gemacht. Halt mal, sitzt da einer unten im Busch. Tschüss. Die Andere sind... Die Andere sind ungefähr hier. Ich ping's mal hier so. Komm, piep doch einmal kurz. Kleine Mist. Hinter dem Berg. Warte, knapp. Da sind die Andere, okay. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch warte, bis die Richtung Zone pushe, die Andere pushe und wir killen dann Drescht. Da ist irgendwas Pinkes ab, boah. Warte, ich steine, warte. Oh, jetzt snipen sie zurück. Markus, hast du noch Raketen? Nee, ich hab keinen. Ich hab grad eben schon geguckt. Oh, jetzt fighten sie langsam. Jetzt kommt gleich unser Moment. Okay, die müssen glich kommen, die Spaste. Dass die sich nur bewegt haben, ist so dumm. Die sind glich so unter Druck. Pass auf, David. Hinter mir, wenn sie hinter dir eine Rakete abprallt, fliegt, äh, wenn sie auch nicht prallt, fliegt sie an dich. Ja, der zerstört einfach alles, das Ding. Hab einem gut Hits gegeben. So, jetzt sind sie in Tamba Reichweite. Oh, David, der ist so schön abprallt. David, der ist so schön abprallt. Der ist eine Schräge abgeprallt. Das ist so geil. Schieß mal einer das Metall-Ding da unten am Arsch. Jaja. Ja! Wir getrapped. Ja, nochmal hit einer schauen. Nice, Jungs. Mario, schau die anderen. Andere Richtung. Oh, der eine krabbelt in die Zone. Okay, der schießt mit Tamba aufs Holz. Schießt mit Tamba aufs Holz. Ich hab die wirkliche One-Shot-Klasse. Ja, Junge. Hab ihn. Junge, du baut's denn nicht, Digga? Das ist grad so entpacktisch, ne? Ja, Junge, ich, Digga, das ist so hängig. Junge, ich scheine. Ich scheine. Ich hör, ich hab zwei. Das ist grad nur durch. Alter, fuck. Ich hab lags. Ich kann nix bau. Jungs. Junge, es baut einfach die erste Schräge. Ich würde nicht. Ich hab 200er Ping. Hä, da war hier doch grad einer. Da steht gequittet. Der war hier grad drin, ja? Ja, das ist toll. Also, keinen hab ich gegillt. Hat keiner von euch Raketen, gell? Nee, gell? Nee, aber ich hab nochmal einen vollen Dumber aufgehoben. Was sind die Gegner? Sind die nach unten? Da ist nach unten. Ui, der ist schön rein. Ja, ballern ist alles verballt. Chill, chill, chill. Fuck, wir müssen hin, gell? Die Zone wandert jetzt, ja. Die Zone wandert jetzt. Oh, fuck, und die macht 10er Ticks. Boah, dem hab ich so gegeben. Na, der fuck bin ich laut. Hab ihm... Warte, du hast uns zu gebaut. Du Arschloch! Junge, ich... Ich bin tot. Ich baue doch auch nur. Hab noch einen. Ui, ich bin zu ausgewichen. Nein, Raketen. Na, chill, Mann. Noch einer, noch einer, Jungs. Ja, ja, den haben wir, den haben wir. Nein, ich bin down, erst ganz unten. Rechts, Marius. Ja, da. Ich stehe bei einem Fallschaden. Nein. Nice, nice, nice. Junge, ich hab 20 Leben, gell? Der hätte mich einmal treffen müssen. Junge, war das ein schwitziges Ende. Das hat auch Spaß gemacht. Ja, Mann. Ja, Mann. Der Jörg. Jörg, ich wächst halt als Waffe durch. Und dann, wenn ich halt Ding, dann... Ich hab grad Pamto. Man kriegt da noch einen Hit mit. Naja. Und dann beschwere. Zweier Headshot. Ich hab aber zwei Stück so nice geholt mit der Shotgun, grad, Mann. Den letzte, gell? Ja. Der, als wir in den Zone laufen musste. Junge, der war echt geil. Ist am Sprung, gell? Ja. Und danach nochmal eine. Richtig krank. Jaja. Jetzt geh in den Wacken. Das ist ja schon ein Fehlkauf, Mann. Ich bin halt einfach... Lass mal alle selber. Lass mal alle denselben Skins spielen. Lass mal alle denselben Skins spielen. Habt ihr alle den? Hoffentlich kommt Kommando noch ein, Mann. Das ist so geil. Ne, Mann. Ich hab kein schwarzer Rastra. Ne, den hier. Ne, Mann. Wie geht ihr vor heute noch auch gespielt? Mit dem Ball. Mit dem Ball. Mit dem Ball. Welchen habt ihr? Ist ganz so schlecht eigentlich. Ja. Habt ihr... Habt ihr die royale Ritterin? PSN Muschi wird auch jeder. Zoe Skin wird auch jeder. Vier Zoe's wärt schon. Zoe Skin ist so schön, Alter. So süß. Oder vier Eliteagenten. Habt ihr den alle? Oh ja. Oh ja. Eliteagenten hab ich auch nicht. Na, doch 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 doch. Na, natürlich hasch die. O ja doch. Diese schon wirklich. Oh ja. Ohhhh. Ohhhh. BÖSE! Ahahaha. Jungs, die möschen mal bereit und warte ich muss mein hotenei wieder auf den rücken klatschen ich kann ja nicht spielen ich lass mein pelz dran die erste mal dringend von lilano ananasquad der ananasquad ananas ist der gang das ist das gut look at that booty man tschüss jetzt achtung snap von marcus obert das kann ich wenn er schon so frech lag ananas ist der squatt fuck easel easel wo reist der squatt hin zum pascal ja aber lass 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 hier hin mann hier ist beim mutterdreieck hier ist auch beim mutterdreieck siehst du nicht blau rot und lila auf der kawunsa null die auf dem weg zu wenn du aus dem link fliegt mir reicht es da unten der kopf ist gefuckt ja nicht so pass da gibt mir den bit da können wir passen ich geb briggs hinten rechts ich geh zwischen euch oh bei mir schenken nur random bei marius sind block 2 wenn ich mich suche ich bin nebku ich hab keine web keine waffe in meinem haus gar nichts ist in meinem haus einer kommt von unten ich hab keine waffe blau burst hui komm her in meinem haus ist gar nichts nicht mal ein verband was ist das für eine scheiße dass ich nicht mal ein verband im haus hab david der sitzt auf dem dach auf dem dach in meine richtung sitzt da ja dann sitzt er genau da schieß ihn mal an bitte ich hab keine waffe in meinem haus gehabt jetzt hat er sich reingebaut jetzt hat er sich reingebaut ich hande deine nice dart da kommt der nächste schon der nächste kommt von s guck mal jetzt zu mir kommen immer zu mir kommen ja chill david hast du mir ne waffe ja 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 komm editier 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 hier liegt 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 da kommt schon der nächste ins haus was alter ich zieg da stürzt und dann kommt die waffe ich hätte kein leben hab einen fühl ich mich kurz belebt oder ist der action achso er hat gestoßen entschuldig komm alter ich hab 200er poeng wieder ja den wo ich eigentlich schon gedowned hab der schon so tot war der schießt mich zu der A habt ihr noch ein mini das finde ich korrekt alter ich kann's ne besser machen man den hab ich schon gedowned gehabt das ist so ein blöder wixer der mich verholen kann ne was macht knall so grad ja ich hab'n weiße ich hab'n dickhitscan ich hab'n noch drei 30er gen ja der wird ja brutal viellebiger ja der wird ja brutal viellebiger den hab ich gleich am anfang geheilt wie wird der wiederbelebt das verstehe ich schon oder das der ist aber stark gestoßen tschau jörg steine man rip 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 ich denkst du jetzt noch mehr gegner ich hoffs nicht man wenn du verbände siehst war das auch ja 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 du bist auch low ja du bist auch low verbände sind im hundehaus im in der mitte erste etage im mitte also im gang da ist noch ein gegner der briggs ist noch ein gegner ich hab'n ich hab'n schon ja ah der erste marcus perfekt ich hab'n hier noch zwei david ah fuck der baut was ab der hat kein holz ja schieß auf ihn schieß einfach er ist blau er ist blau er ist auf mich fokussiert du kannst ihn gleich flanken ah der haben gecheckt das ist ein 3 rip wie viel 3 nice 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 die hits 2 30er hits warte der andere muss peaken hab'n ich ich kann den einen so snipen 66er hit einer ist one shot einer ist one shot ich hab'n den anderen von denen gesniped den hinteren links habe ich gesniped wir stehen gesniped der hat dich gehaftet heute ja einer kommt jetzt will mich glaube ich finishen ja wer lebt denn marcus ich bin mir ziemlich sicher wer wusste war der tot einer ist nämlich gedankwiese du musst auf jeden Fall pushen weil die beleben sich safe qual ja den hab'n ich jetzt zugejolt naja konnte nix machen sechs leben marcus hab'n ich gut gemacht hallo mein wicked girl was war los ne um 12 jaja rastrohne zu isser am anfang kann man dauernd gehen das ist es ist erst 12 man wir müssen ja noch 2 Stunden äh gar kein bock mehr man das problem ist dass ich kein anderes spiel habe dass ich zocken kann marius 100 welche battle pass level bist du war ich auch noch nicht fehlen noch drei dann bin ich 26 ich bin schon 26 was gilt als ob ich weniger dass ich er labert so battle pass stimmt verschickt und ich krieg gleich noch für tägliche herausforderung dann habe ich zwei tägliche ich habe das gefühl alle zwei dacum mit zweitäglich wenn sie es gemanagt dass ich die pass aufgaben hin glaube ich hast du zwei tag also ich habe nur eine teil zwei tag ja ein tag nur eine und dann der nächste oder zwei ja ich habe bisher immer nur eine doch vielleicht war schon einfach geschielt ich habe nichts mehr auf netflix mann ist es so langweilig eigentlich jetzt fliegt also der herz wird aber haben wir stehen mal den können weit kann ich wollen als was für ein ding weit kam es ist so ähnlich wie blacklist noch mal ist kein blacklist auch nicht das sage die meisterin ich soll es erklären da geht es halt um so einen kunststieb und der wird halt gefasst das ist das wird mir glaube ich nachdings damals nach haus des geldes an vorgeschlagen aber das kam dann nicht mehr und ich habe damals sich darauf gedrückt habe ich von den trailer so nah ist ich glaube das ist es ja das ist ein kunststieb der wird gefasst und dann wird ihm angebote erkannt statt im crash weiter zu sitzen beim fbi arbeite und ja 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 dieser verlauf und so ja und dieses blacklist oder was ne das ist weit kann alter ja ich glaube das ist das echt mit kunst ding das ist das echt mit kunst ding das ist das echt mit kunst ding ja dann verbiere ich mich auch gleich und die schauspielbeschätzung halt voll nice warum wer spielt damit ne halt so voll die chillige dudes weiss für die warte man einfach weiss ja alter ich lande glaube hier bei dem stein hier sind zwei kisten garantiert kein haus für die zwei kisten ich bin schon und ich war vor die hunde bruder ja nur ja weil durch den mäßigen fettstein und das haus gehört auch noch mehr lukas wieso gehst du zu meinem kack haus ja nicht richtig so meistens wie gegner so man ich bin ja dann sorry er ist nicht bei gegner mit dem midden also jeden fall ich lande zu glaubst du aber da er dreht ab er mache ich es ist ein gegner mach ich es komm mal mache ich habe nichts gesteinelt sorry sorry für den front habe mini für dich im indianer laden zwei stück auf dem dach ich habe einen gedowned ich habe noch mal einen hin ich habe noch mal einen oh oh lecker kommt halb gegen japan zu euch man jungen ich habe Hast du Sniper-Munition, Jörg? Jungs, bei mir ist unten noch einer. Hab den. Wo, wo? Der Sponscher, der gönnt sich jetzt das Medi wahrscheinlich, der Flöte-Wichser. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Er ist im Indianer-Laden, ich hab ja kein Muni mehr. Von Börkerlager. Hast du Sniper Muni, Markus? Nee, Mann, sorry. Tschüss, Alter, warum hat er so aimt? Ja, ja. Nein, er ist schon auf Börkerlager. Alter, nice, 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 die kommt gut. Er hat nichts mehr zu bauen. Hint euch, hint euch. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh mein Gott, der hat den. Der eine versteckt sich hier drin. Er ist oben drin. Glaub ich, oder? Ja, ja. Hab ihn. Jungen, mach ich die ernst, gell? Nice, wir sind auch noch zusammen, jetzt gehen wir zum Börkerlager, oder? Jetzt hab ich wieder Stiegel-Shots, Jungs. Ich hab so viel, aber immer nur 30er-Hits gegeben. Trotzdem sehr wichtig, Mann. Da oben ist noch Medikit auf der Dings. Ja, auf der Tragfläche. Auf der Tank. Ich glaub, der ist kurz in die Börkerlager rein. Was komplett, ich weiß. Ja, der Tier. Hier. Ruhe, Jungs. Komm, komm, komm. Ja, wenn er mich jetzt findest, dann hasse ich ihn so. Fuck, tat es fe. Ah, fuck. Das ist wirklich der größte Mixer. Wir laden uns nur in die Party ein. Mein Gott, der schwitzt da drin so. Es ist so ein Hurensohn, Mann. Der hat auf Falle platziert, unten. Ober auch, nee, Ober. Unter auch, unter auch. Hab ihn. Das war er. Aber der war noch gebückt. Ja. Ich sieh sie nicht mehr jetzt, ich sieh sie nicht mehr jetzt. Der hat keiner mehr. Marder. Sorry, wir haben jetzt geshealed oder gar nicht. Ah, wir haben jetzt geshealed. Ja. 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 Wir haben nur gegen die Tischkante gehauen, Mann. Das tut so weh. Ah. Gell. Ähm. Markus, das witzige grad eben. Der, wo er sich so hingestellt hätt. Der hat sogar Wafka. Mhm. Ja, ja. Ich hab's nur gesehen, wo er sie gedruckt hat. Der hat einfach aufgehend. Der hat Elite-Agente Ananas-Squad gesehen. Der war vorbei. Alter, wenn man Ananas noch irgendwie aus deinem Blähm bauen kann. Das du den Traum keck so feierst, Mann. Ich feier den doch natürlich. Weil nur Ananas ist der Skow hat drin. Ja, der Typ ist schon ein bisschen feierlich. Ja, ich feier die Tracks, das ist nicht so. Ich weiß nicht. Ah, ich find's halt einfach lustig. Kann ich jetzt kein... Oh, jetzt kann man kein Spotify mehr hören, wenn man's streamt. Doch, Pferdemädchen, Wendy. Beste. Das ist wie so'n geiles Lied. Ich bin wieder heim, weil ich Coco lieb. Jungs, enthülle, tanz da einer. Wenn ich jetzt nah bin, dann wär ich schon lang tot. Oh, ich hab eine. Komm in meine Richtung. Da hat einer Raketewerfer. Oh, nein. Oh, David. Wie, wie, wie war der Hit grad eben? Wie ist das denn? Ich schaue das nochmal im Stream an. Was? Der Hit von ihr war unreal. Der war so lächerlich. Schau mal. David. Es ist doch... Schau mal, ich triff sie zweimal so gut. Und die, die killt mich jetzt. Das ist so lächerlich. Wirklich. So was lächerliches. Der erste Hit durch die Wand durch. Es interessiert sie einfach nicht. Es interessiert sie einfach nicht. Ich steine, geh doch hoch, man. Geh nicht runter. Die blöde. Ja, die. Junge. Ich schwör. Die müsste eigentlich schon lang tot sein, was ich da jetzt scannen hab. Sorry, aber... Ne. Es ist einfach nur noch traurig. Ich schau mal langsam runter. Ich schau mal nach. Ich schau mal nach. 3 da wird drückt mal drei kommen jetzt kommen die pdp muss jetzt riesen die kava immer so gehypt sein mann jungs noch ein neuer skin freue mich auf mit geile zeit maris gehen wir joggen eine runde können das noch drei wenig zu das ist nirgends vor der jungen jetzt nicht gerade sagt das ist schon ein bisschen scheiß egal man soll abbrechen also das geht nicht ja was hast gesagt deshalb das ist nirgends und gibt es zurzeit Thymian meine mal, das ist wie unser Lieblingsgewürz Weißt du, bei Juli geht nicht, mein anderer Kollege chillt in Freiburg Jungs, ich lasse jetzt mal meine Kontakte spielen, ich besorge uns das Heiz mal noch wohin Ja, warte mal Ein paar grüne Scheine zu Hause Ahja, ja Kommt durch, David Echt? Ich jetzt halt 15er, weil zurzeit nix geht, so falsch Wie dich? 15er Und dafür hab ich's auch ne Kopf für 15, Alter Ich hätt euch wohl zwar nie verkaufen können, aber ich hatt keinen Bock Ich lag ganze Tage im Bett, Alter Es geht echt nirgends was, gell? Das ist so krank Ja, ich hab noch so ne große Kleinigkeit daheim, aber Ja, ja Kannst du die anbrechen, oder was? Ja, weißt du, das ist so mein Hab und Gut, so Was ich jetzt demnächst wieder so voll reinballern will, so Ach so, ich dachte es hab und gut was ähm Äh 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 Ja, das hab ich auch noch Ja, das dachte ich jetzt Ja, das dachte ich jetzt Ich wusste halt jetzt nicht, wie ich sagen soll Ohne irgendwie Aber er hat's meistens schon weggebracht Ah Weil die Äpfel waren ihm zu sauer Ja, klar Dann will ich auch ne saure Äpfel verkaufen, nicht dass sich jemand beschwert Naja, wenn da irgendjemand kommt, dann Packt man die Äpfel lieber weg Guck mal, der Katzen-Skill Der ist so gut, der war so gut Obwohl ich ihm so krank gegeben hab, der hätte zwar nicht leben Wie viel Leben hat er noch? Ja, ich seh es natürlich so So, das nächste Runde haben ihm irgendwo gechillt Wo, wo war's David? Ich geh nicht hin 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 Leute, an der Stelle bricht der Streamer jetzt ab, weil ich echt gern wieder Musik hören will und Alter, ja Ja, ich will ja über Ja, tschau War das die? Hä? War das die? Warte, tschau gerade Es war so ne, ne Katzendame Mit Anzug So, tschau Ähm Ja, Widerschein reingehauen Warte, tschau